Ich weiß nicht, wie du sagen könntest jetzt, den ich nicht getroffen habe. Also ich habe echt jeden gesehen. Auch so Creator, die mega fake sind oder nicht korrekt sind. Ja, warum ruchst du schon wieder zu mir, Bro? Jesus Christ. Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Ah, yo. Freunde, wir haben heute David, the German Videographer, mit dabei. What's good. Wir haben David heute mit dabei. David wohnt in Los Angeles. Man kennt dich durch die Logan Paul Vlogs, durch Mike Malek. Genau, genau. Ich glaube, das sind so die Sachen, die die meisten wahrscheinlich kennen, die dich schon mal irgendwo gesehen haben. Ja, du machst quasi, oder du hast, du machst immer noch, right? So wie die Organs. Ja, genau. Ich mache immer noch so die Crater für uns, dasselbe Team, aber halt jetzt nur noch mit Mike. Hauptsächlich, weil Logan ja ausgezogen ist. Aber ja, immer nur so hinter den Kulissen. Manchmal vor den Kulissen. Deswegen gibt es da so eine kleine Audience, die weiß, wer ich bin. Ja, immer die Untertitel mit den Doppelpunkten. Genau, das feiern alle. Also ich weiß nicht, ob du schon mal ein Video gesehen hast, wo David mit drin war, aber immer wenn David halabert, du hast gar keinen German Exim, wenn du Englisch schreibst. Immer wenn ich rede im Hintergrund, macht Mike sich lustig darüber und wenn er die Subtitles macht, macht er so die Doppelpunkte oben drauf. Ja, okay. Als wäre das so der Exim. Aber würde jetzt ein Amerikaner, wenn er dein Englisch hört, Deutsch raushören als Exim? Also wenn ich den Leuten sage, so hey, was geht, wenn ich so jemanden kennenlerne, nach einem 20-Minuten-Gegenspräch und ich sage, ja, ich bin erst seit vier Jahren hier, sind alle immer überrascht. Die sagen halt, genau, weil das Englisch, die denken sich so, oh, ich dachte, ich habe vielleicht was gehört, aber ich dachte, du bist einfach nur aus einem anderen Bundesstaat oder so. Ja, weißt du, oder? Ah, okay. Ey, Freunde übrigens für die Atzen und Mädels, die hier über Audio hören, wir befinden uns übrigens immer noch in Los Angeles, deswegen ist David auch hier. Nice. Wir haben uns random getroffen, wir haben vorher geschrieben bei, ich glaube bei Watson. Du hast mir vor ein paar Tagen geschrieben und meintest, yo, ich bin hier in L.A. für fünf, sechs Tage. Wir haben irgendwann mal vor einem halben Jahr oder Jahr haben wir so connected. Genau, das auch noch, ja. Weil ich unbedingt wissen wollte, weil wir waren, Miguel und ich waren so voll in unserem Vlog-Film und so und ich habe voll diese Logan-Paul-Vlogs geguckt und ich habe da einmal gesehen, okay, es gibt halt einen German im Team, so, der Video-Guy, basically, du einfach und wir wussten halt so manche Sachen nicht so und dann haben wir, glaube ich, auf Insta.dm einfach connected oder so. Ja, ja, ich erinnere mich, das war da irgendwie im September oder so letztes Jahr. Ja, wir hatten auf jeden Fall voll das nice Gespräch so über die Industrie und so, wie es so unterschiedlich ist in Deutschland und Amerika und so und jetzt hat es sich natürlich eingebunden, wenn wir schon mal hier sind, dass man sich mal trifft. Ja, aber du wolltest ja im Dezember kommen, hast du gesagt, ne? Ja, dann hat mir Tim mal komplett meinen Trommelfeld weggeballert aufgeregt und dann mussten wir es verschieben, ja, genau. Ja, aber super random, wir waren einfach im I-Race-Droom, auf einmal warst du in derselben Street in Melrose oder so. Du warst auf der meistbesuchtesten Straße am Sonntag, hast ja gesehen, da war mega viel Action, viele Leute laufen rum, viele junge Leute und genau auf der Ecke parke ich meistens so und dann gehe ich zu diesem Flohmarkt, wo ich dich dahin gebracht habe. Da warst du gar nicht dabei, Bro, wir waren, war das am Sonntag? Das war am Sonntag, ja. Wir haben uns da kurz getroffen, aber ich bin nicht zu diesem Flohmarkt mitgegangen. Ah, okay, wir waren auf so einem Flohmarkt, also das ist so für alle, die vielleicht den Stream nicht gesehen haben oder so, da ist wie so ein kleiner Flohmarkt, der ist jeden Sonntag da? Der ist jeden Sonntag. Also Flohmarkt, so wie man es kennt, so Leute gehen dahin und... Nicht so ein echter Flohmarkt, ein echter Flohmarkt wäre ja so, wenn jemand so seine Sachen geholt ist. So jemand Privates, so. Genau, das ist so mehr so Small Brands oder Leute, die schon ein bisschen mehr bekannt sind mit deren Vintage-Clothes, haben die einen Stand, ein bisschen teurer auch. Weil normalerweise, wenn du Vintage-Thriften gehst, kostet das ja nur, kriegst du ein Shirt für 5, 7, 8 Dollar, da sind die Shirts vielleicht ein bisschen so... Weil die wissen halt, was sie da... Also ich hab da einen, so ein Tyler-The-Creator-Shirt gekauft und das hat irgendwie 40 oder 50 gekostet. Also so diese Art Flohmarkt, weißt du? Ja, okay. Und so, ich glaube, das auch, wie du halt schon meintest, ich glaube, das sind auch öfter, also ich glaube, die Brands sind teilweise jeden Sonntag da. Ich glaube, das ist nicht so wie jetzt bei uns in Deutschland. Es ist meistens der selbe Stand, immer der selbe Stand. Genau, es ist, glaube ich, nicht so wie in Deutschland, wo man jetzt, wo man sich jetzt anmelden kann für nächste Woche und dann hab ich da einen Stand und verkaufe dann irgendwie meine Playmobil-Figuren. Das wäre dann theoretisch ein echter Flohmarkt. Eigentlich ist das so ein Markt. Ein Pop-Up-Markt. Genau, weil es hier, ich weiß nicht, ob es allgemein in Amerika ist, aber sonntags sind halt immer diese Farmers-Markets. Das heißt, Farmers-Market ist meistens nur so, wo die lokalen Leute kommen mit ihren Strawberries und Früchten und Orangensaft und Fleisch manchmal, wo die einfach so einen kleinen Markt haben. Ja, wie so ein Wochenmarkt. Genau, Wochenmarkt, genau. Und die gibt es halt überall an jeder Ecke. Jeden Sonntag sind da allein in Hollywood drei, vier Bekannte. Ja, auf jeden Fall haben wir uns da random getroffen. Ich bin hinten eingelaufen. Ich hab dich von hinten erkannt. So ein bisschen und ich wusste, ich glaub, ich glaub an diesen, an den Ventilator, der bei deinem Video-Guy im Rucksack war. Ich war echt so, er streamt, muss Kevin sein. Ja, und auf einmal kommt da irgendwer angerannt. Und das Ding ist, du musst dir so vorstellen, wir waren halt ja im Stream und ich hatte den Chat offen und so. Und David kam so reingelaufen und meinte so, yo, hast du mir schon das Geld geschickt für die SIM-Karten? Weißt du, weil wir haben das, glaub ich, letzte Folge schon erzählt. Oh, das ist ja ein kranker, eine kranke Connection, weil in der letzten Folge haben wir drüber geredet, was für ein Struggle das war. Ich hab mir in den Hinterkopf gedacht, ich hab meiner Freundin gefragt, ich so, soll ich einfach reinplatzen? Ich dachte halt so, ich bin ja auch ein Content-Creator mit den Jungs. Ich dachte mir so, das wäre cool, wenn ich einfach mal so reinplatze. Und in der offenen, also direkt mit dich theoretisch so anzumachen. Ja, 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 safe. Also, falls ihr euch nicht dran erinnern könnt oder die letzte Folge nicht gehört habt, im Grunde, wir mussten am ersten Tag SIM-Karten kaufen, wir hatten keine Kreditkarte dabei und dann musste David über Cash-App oder so, oder diese andere, Zell oder so. Zell, Zell, ja. Also so wie Paypal, basically, nur dass wir es nicht runterladen konnten und die Amerikaner hatten wiederum kein Paypal. Also hat David für uns ausgelegt, wir haben ihm auf Paypal das Money geschickt und dann konnten wir unsere Verträge, nee, dann hat der eine Mitarbeiter von dem T-Mobile-Store seine Privatkreditkarte genommen, damit wir bezahlen konnten. Ich habe deswegen gerade gewundert, warum das an so einem Andrew war, so ein Typ. Wir hätten so alles bezahlen können, nur diese SIM-Verträge kannst du nicht mit Apple Pay bezahlen und wir hatten keine Karte. Das war super Omega-Scoff. Und als wir dann gefragt haben, ey, warum machen wir nicht auf Paypal, hat sie so die Augen verdreht und hat gesagt, that's so old school. Nobody uses that. Ja, Paypal benutzt hier wirklich keiner, es sei denn, du schickst jemand eine Rechnung oder so eine Brand. Bro, diese Memo kriege ich zu spät, ich habe so viel Geld in Paypal-Aktien. Alles raus, alles raus. Obwohl, nee, ich habe keinen, nevermind, ich wollte, ich wollte, ich habe keinen, nevermind. Hier ist so meistens so Excel, Cash App und Apple Pay für mich persönlich finde ich am besten, weil wenn du mir Geld schuldest, schickst du es mir und dann habe ich es im Apple Pay. Das haben wir nicht, das haben wir nicht, Bro. Du meinst über iMessage? Genau, über iMessage. Aber das gibt es in Deutschland nicht, Bro. Ach, das wusste ich. Also für die Leute, die das vielleicht auch nicht kennen, das hatten die uns auch im Store gesagt. Die meinten so, ey, wir können uns auch über Apple Pay Geld schicken. Und wir waren so, Bro, wie? Ja. Und dann meinten die so, ja, über iMessage. Und wir dachten so, oh, crazy, dass das geht, das wusste ich gar nicht. Ja. Und dann haben die das bei uns geguckt, das gibt es in Deutschland nicht. Aber in Amerika kann man sozusagen über SMS einfach... So sieht das aus. Jetzt habe ich hier zum Beispiel Geld in meinem Apple Cash. Ja. Aber wie du siehst, es ist eine automatische Kreditkarte. Das heißt, wenn ich jetzt was kaufe und du kannst so dieses Tab to Pay, kann ich von dem Guthaben bezahlen. Also hast du bei Apple Cash, ist sowas wie Paypal einfach. Genau, weil wenn du, ja, genau, genau. Es ist so ein Zwischenzahlungsdienstleister noch. Genau, genau. Weil mit Paypal kannst du ja nicht easy bezahlen, dann musst du jemandem eine E-Mail schicken und hast nicht gesehen. Du kannst halt nicht einfach an der Kasse bei Penny bezahlen, weißt du. Wenn du, wenn du ein Paypal, jetzt werden wir hier sehr spezifisch, aber wenn du ein Paypal Business Account hast, kannst du einfach eine Mastercard bekommen. Dann kannst du einfach so bezahlen. Aber dann brauchst du theoretisch eine Karte. Ja, ja. Bro, es ist so stark. Ja, also das war auf jeden Fall crazy, aber du hast aus der Scheiße gerettet. Genau, und auf jeden Fall, wir waren halt am Stream, jetzt wieder zurück zu der Story. Auf einmal kommt halt aus Perspektive des Zuschauers, wir sind am Streamen seit mehreren Stunden, auf einmal rennt irgend so ein Atze bei uns rein und sagt so, hey, hast du mir schon die SIM-Karten gezahlt? Und alle waren so, Bro, wer ist das? Und wir haben vorher so, wir haben vorher halt schon auch so zwei Zuschauer getroffen, die so auf Klassenfahrt waren oder sowas. Ehrlich? Ja, ja. Ach, geil. Und dann halt auch so reingeplatzt sind und so meinten, ey, können wir kurz ein Foto machen oder so? Und dann dachten alle so, okay, das ist halt so ein übelst aufdringlicher Fan, der nicht gehen will, weißt du. Ich hab ein Replay von dem Stream gemacht, weil ich wollte schauen, wie die Comments da sind. Ich hab das doch nicht so wirklich richtig verstanden, wie das so mit Twitch läuft, weil ich nicht so viel Twitch gucke. Und dann wollte ich nur so sehen, was Leute gesagt haben und das war halt so, who the fuck is this guy? Warum spricht er Deutsch? Und dann benutzen die diese Twitch-Codes, typisch Riz oder Riz. Und ich wusste nicht, was das bedeutet. Und ich google auf Deutsch, weil ich dachte, ich glaube, es ist eine deutsche Bezeichnung oder allgemein Twitch. Was haben sie geschrieben? Viele haben also als erste Reaktion oder so in den ersten zwei Minuten so Riz geschrieben. Kennt man das nicht hier? Aber Riz ist, vielleicht in der Twitch-Szene, aber so allgemein. Das ist von Charisma. Wenn du krasse Charisma hast, weißt du, dann hast du viel Riz. Habe ich jetzt herausgefunden, musste ich googeln. Digga, daher kommt Riz von Charisma. Oh krass. Google hat das so beschrieben. Ich glaube, als so allgemein cooler Typ. Also ich glaube, viel ist das auch im Dating-Kontext. Ich finde es über den Cringe-Begriff, by the way, aber ist egal. Dieses W-Riz ist so, wenn du so easy-girls-pullst. Vielleicht haben die das gezogen, weil ich dir auch, glaube ich, da in den ersten Minuten gesagt habe, hier ist meine Freundin. Vielleicht haben die deswegen das Riz geschrieben. Oh ja, ja, ja. Das war's. Okay, das kann sein. Auf jeden Fall, die meisten Nachrichten, die ich gesehen habe, waren so, who the fuck is this guy und so. Jetzt im Stream, weil wir ja schon zwei Mal drinnen waren, ist meine Freundin immer nur so, die Comments sind, sie will nach Hause. Sie hat keinen Bock mehr. Ja, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst euch vorstellen, wir sind alle am Stream und wir reden halt im Stream Deutsch und wir sind irgendwie so eine Gruppe an so sechs, sieben Leuten und dein Girlfriend spricht ja gar kein Deutsch. Oder Mike hat mit ihr geschnappt ein bisschen und so Smalltalk, so geredet wahrscheinlich über was auch abgeht bei euch in der Gruppe. Also haben die im Hintergrund geredet und dann jeder hat geschrieben so, Mike klärt sich David seine Freundin und die Deutsche seine Freundin, das war mega lustig. Ja, auf jeden Fall, alle unsere Leute sind halt deutsch und wir haben halt im Stream obvious Deutsch geredet. Naja, nicht alle unsere Leute. Okay, Miguel hinter der Cam ist UK, true. Miguel, hast du nicht connected, wenn ihr beide UK seid und shit? Nein? Okay. Auf jeden Fall haben wir alle halt Deutsch gesprochen und Davids Girlfriend kann halt kein Deutsch. Und dann stand sie halt schon so und alle waren immer so, hey, sie hat gar keinen Bock auf die Konvo und so, sie war einfach nach Hause. Weil sie war ja auch gelangweilt und dann ist sein Gesicht so ein bisschen relaxed und dann denkst du auch an gar nichts, weil du denkst dir nur so, Alter, jetzt chill ich hier noch und warte. Sie war nicht abgefuckt, aber sie hat halt, ich weiß auch nicht, was sie mit den Gedanken machen sollen. Alle reden da so ein Sauerkraut im Hintergrund. Ja, wenn du nicht verstehst, ist ja mega nervig. Bro, ey, ich fand's übelst crazy, wir haben im Stream schon so ein bisschen drüber gelabert. Und ich glaube, es ist funny, das nochmal so ein bisschen aufzudingsten, wie du hierher gekommen bist. Dominik hat's ja vor allen Dingen auch noch nicht gehört. Genau, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Mach mal so einfach, in so ausführlich, wie du denkst, dass es nötig ist, wie zum Fix ist das alles passiert? Also im Grunde, das war auch die Number One Frage so, wie bist du von einem Guy aus Hamburg zu, ich arbeite mit Logan Paul und Mike Malek und so, den Top-Creator aus Amerika zusammen. Aber okay. Was ist dazwischen passiert? So der Werdegang, auch so ein bisschen, also du bist ja in Deutschland aufgewachsen aus. Aufgewachsen, ich bin 2017 erst ausgezogen, Ende 2017. Also theoretisch war ich, ich bin jetzt 28, circa ich glaube 22, 23 fast, bin ich ausgezogen. Also so wie es angefangen hat, es ist ein bisschen random und mega viele so kleine Connecting-Punkte waren so dazwischen, die das so zustande gebracht haben. Aber hauptsächlich bin ich halt immer in meinem Freundeskreis so der Typ gewesen, der immer im Urlaub in Amerika war. Ich war so der Typ, oh David, the American Fanboy, so weißt du. Aber für mich war es immer L.A., die Kultur, so allgemein mögen ja Leute so L.A., West Coast Rap und alles. Bei mir war alles. Ich mochte L.A. immer mega gerne. Für mich war es von Anfang an der Vibe. Und bin in den Ferien immer hergekommen. Also wenn ich frei hatte von der Arbeit oder als ich noch Auszubildender war, hast du genügend Zeit. In Deutschland kriegst du ja gut vier Wochen oder manchmal sogar sechs Wochen. Am Ende hatte ich sechs Wochen fast frei. Habe ich sie halt immer benutzt, um nach L.A. zu kommen. Also so langsam. Dann warst du das erste Mal hier, also wie alt warst du? Das erste Mal, als ich hier war, war das 2013. Da war ich theoretisch 18, so circa, 17. Theoretisch und praktisch warst du das? Auf der Fake-ID. Ich bin 28 jetzt, 2023, also 14 Jahren, 2013. Ich glaube, ich war 17, weil ich habe auch ein Tattoo gemacht, als ich 17 war. Darf man hier? Ich glaube, ab 16. Oh, crazy. Und selbst wenn so eine Unterschrift ist, weißt du, wie das ist. In Deutschland ist es, glaube ich, auch ab 16, aber mit Unterschrift vom Mann. Das ist so, du musst nur den richtigen finden, der dann sagt, naja, ich habe... Denen ist das hier auch egal. Ja, die wollen ja auch Geld verdienen. Überall meine ich, nicht in dem, aber die Tattoo-Szene, das sind ja meistens so coole und korrekte Typen. Auf jeden Fall habe ich halt so langsam meine Liebe so für L.A. aufgebaut. Bin immer hergekommen. Natürlich am Anfang als Touri. So einmal im Jahr so mäßig, oder? Genau, einmal im Jahr oder zweimal. Am Anfang war es immer so, ich habe irgendwie es hingekriegt, dass ich halt von meiner Ausbildung so vier Wochen freigekriegt habe. Krass. Was ja meistens schwierig ist, so auf einmal. Aber in manchen Fällen war das für die mega gut, dass ich dann halt vier Wochen weg bin und dann das ganze Jahr halt immer noch arbeite. Also habe ich vier Wochen am Stück gemacht. Damals in Huntington Beach, was eine Stunde von hier entfernt ist, so Leute kennengelernt. Dann war ich so auf Hauspartys, so dieses typische Amerika-Vibe mit Red Cups und alle besoffenen im Haus. Das war so der erste Eintritt und der erste Geschmack. Und da war das halt immer Urlaub. Und dann war ich ja auch immer so interessiert in so Videos, Fotos, Creator. Ich hatte immer eine Kamera, als ich schon kleiner war, als damals alle Jackass gemacht haben. Ich damals auch immer so, wollte ich cool sein, vom Balkon springen und das Filmen und so, als ich elf war. Ich weiß das noch. Wie hoch war der Balkon? Mit so einer Camcorder, zwei Stock, ein Stock, also nicht so hoch, nicht so hoch. Und das war für mich damals immer mega cool, wenn mein Cousin auch Videos gemacht hat. Und da war ich immer so mega inspiriert. Aber natürlich so, wenn du in Deutschland bist und du willst was Kreatives machen, Deutschland ist ein guter Beweis, weil halt viele Leute halt normal arbeiten. Keiner ist so wirklich ein Creator oder so. Du willst YouTuber werden? Das denkst du dir ist immer nur so ein Traum. Ist das nicht überall so, Bro? Ist das hier nicht auch so? Es ist auch so, aber für mich damals ist es sehr unrealistisch gewesen. Es war nur ein Hobby. Es ist so, als wenn du gerne Fußball spielst. Ein paar wollen wirklich professionell Fußball spielen und im Verein Geld machen und richtig, weißt du, krasse Fußballspieler sein. Aber meistens bleibt es so ein Hobby. Weil wie willst du da ausbrechen? Ist ja auch nicht so einfach. Ich glaube, der Unterschied ist halt auch, in Deutschland hast du dann eher so ein Mindset, egal mit wem du drüber sprichst, mit den meisten, dass sie dann eher so, ja, ja, mach das mal so, aber dann machst du was Richtiges. Und hier ist also wahrscheinlich die Menge der Leute, die hier Creators sind und dort, prozentual, ist jetzt nicht krass unterschiedlich. Aber hier sagen die Leute, ja, try it. So, versucht doch. Ich habe das Gefühl, hier ist die Bereitschaft, alles auf eine Karte zu setzen. Das wirkt hier so, als wäre das so krass. Also dieses All-in-ich-trys. Man hört auch voll oft diese Storys, dass Leute irgendwo aus den USA einfach nach Los Angeles kommen, ohne, so, so One-Way-mäßig und gar keinen Plan haben. So war es ja. Ja, weil in Deutschland ist das halt immer so, du musst eine Ausbildung machen, du musst Schule gehen, du hast einen sicheren Job. So, schieb mal keinen Absturz, Digga, geh nicht nach L.A., du wirst deinen Job verliehen. Bro, ich habe alles auf die Karte gesetzt. Ich hatte einen mega guten Job, Geld gemacht, nice Wohnung, Garage, Auto gekauft gerade. Ich hatte alles. Und dann dachte ich mir so, ich will weg, Bro. Ich dachte mir so, es geht zu viel ab. Also wie es damals passiert ist, wenn ich mal so vorspüle, war ich dann halt hier in 2017. Auch so als, so zum Videos machen. Ich war dann auch immer so in Bali unterwegs oder so in Island und so kleine. Aber was heißt zum Video machen? Für dich privat? Für Travel-Videos. Für dich einfach. Genau, für mich. Aber ich wollte, am Anfang war es nur für mich. Und es war ja nicht so auf Instagram, dass viele jetzt noch so gepostet haben, was sie gemacht haben. Ich glaube, du konntest auch noch keine Videos posten damals. Und DMs war ja auch noch mega frisch, dass du DMs schreiben konntest 2017. Das heißt, keiner hat DMs geschrieben. Das heißt, wenn du Cloud hast und du verified bist und also du kriegst ja Messages, aber nicht so viele wie heute. Ja, weil das Video mal war ich. Wesentlich niedriger. Und Leute, die fragen, yo, lass mal chillen, lass mal was machen. Keiner hat das gefragt. Also habe ich einen Kollegen geschrieben, nicht einen Kollegen, der jetzt ein Kollege ist, den Typen Mark Donner. Weißt du, er war so ein Creator in der Vox-Szene, war der Videographer von Logan, theoretisch. Er hat seinen Content geschossen, so für die ersten drei, vier Monate. Und er hat halt immer coolen Shit gemacht. Und ich dachte mir, das ist Hammer. Ich glaube, ich will auch Vlogs machen und auch so irgendwie, was immer die machen, will ich auch machen. Warum nicht? Weißt du, kann ja nicht so schwer sein. Diesmal, warum kann ich nicht? No joke. Also es klingt voll so strange so zu denken, aber ich habe so am Anfang auch gedacht, als ich Streaming angefangen habe. Ich habe so gesehen, es ist natürlich ein bisschen anders, als jetzt zu sagen, ich gehe nach L.A. und mache da Video-Stuff. Das ist noch mal more crazy, aber bei mir hat es auch so damit angefangen, dass ich so dachte, ey, guck mal, die spielen einfach nur Videospiele. Fuck, das kann ich glaube ich auch. Genau so habe ich es auch gedacht. Genau so habe ich es auch gedacht. Nach Los Angeles zu ziehen aus Hamburg ist schon noch mal ein Stück krasser. Aber bis dahin checke ich auf jeden Fall. Und dann bin ich einfach hergekommen und ich weiß noch ganz genau, wie das passiert ist. Der Grund, warum ich die DM geschrieben habe, war, weil ich war in Venice Beach und das war im Januar, war das im Januar? Das war mega random Zeit. Ich glaube, das war im Januar, Februar und es hat geregnet auf einmal und ich war mega so depressiv. Ich so, fuck man, gar nichts geht ab. Und dann habe ich so auf unrealistisch Mark Donner in die DM geschrieben und meinte so, jo, was geht bei dir ab? Willst du Content machen? Aber nur, weil ich selbst nichts machen konnte in Venice Beach, ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht. Ich weiß nicht, wieso ich ihn da geschrieben habe. Aber ich dachte mir so, oh, geht nichts ab. Ich kann nichts machen heute. Ich mache einfach Cold E-Mail. Was auch immer das auf Deutsch heißt, Cold E-Mail. Wenn du einfach... Kaltakquise. Genau. Habe ich... Kalt was? Kaltakquise. Kaltakquise. Was immer auch das bedeutet. So wie so Acquire in auf Englisch, glaube ich, so Akquise, dass man so irgendwas... Like Cold Call, but halt Cold E-Mail. Habe ich ihm einfach geschrieben. Ich so, jo, was geht ab? Willst du was createn? Und du musst im Hinterkopf halten. Ich hatte 800 Follower und ein halbes Video irgendwie gepostet. Ich war kein Creator, weißt du? Und er hat mir trotzdem zurückgeschrieben und meinte so, yo, I like this one video you posted. Let's do something. Und dann habe ich ihn getroffen. Am selben Tag meinte er, oder am nächsten Tag haben wir uns getroffen. Und dann wollten wir alle nach Venice Beach. Und dann habe ich ihn abgeholt, weil ich einen Mietwagen hatte. Und er hatte kein Auto. Und er meinte so, is it cool if my friends can come? Und ich so, ja, okay, let's go. George Sanko und Logan kommen runter. Und Logan im Vordersitz. Und ich so, okay, crazy. So schnell geht das. Also das heißt? Dritter Tag in L.A. Auf dem Urlaubstrat. Also es war einfach nur Urlaub. Das war noch bevor du... Du hast einfach eine kalte DM geschrieben. Wegen dem regnerischen Tag dachte ich mir so, shit, man. Geht gar nichts ab. Das ist krass. Ich muss, ich will was createn. Ich habe nur noch zehn Tage. Ich war so mega geizig. Ich war als dritter Tag hier. Aber ich habe gesagt, shit, ich habe nur noch zehn Tage. Ich muss das machen. Und dann habe ich gesagt, ey, ich mache einfach mal diesen Code DM. Ich schicke ihn einfach mal und frage, yo, hast du Bock, was zu machen? Und dann von da hat sich die Relationship halt entwickelt. Kannte ich dann auch Logan. Und dann kannte ich George dann auch. Und die anderen Leute, mit denen er war. Das war ja 2017, hast du ja gesagt, hast du auch die... Vlogs geguckt, als es noch mit diesen Catch-me-Outside-Girl war. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ich habe es auch ein bisschen rewatcht und so. Genau, das war die Zeit. Das war die Zeit. Und dann von da bin ich halt wieder nach Hause gegangen. Und dann war ich im Büro so bei... Ich weiß nicht, wo das war. Ich habe für Calvin Klein, glaube ich, noch gearbeitet. Ich war im Büro und dachte mir so, Digga, was jetzt? Boah, das muss so... Jetzt habe ich Logan in meinen Text und Mark. Also Logan, mit dem war ich nicht so dick am Anfang. Es war so Mark. Aber trotzdem, Logan habe ich auch so gechattet ein bisschen. Und dachte mir so, Bro, er zieht drei Millionen Views am Tag. Bei denen geht es ab. Und es ging nicht mal um die Views. Es ging um, was die gemacht haben, Bro. Wie mit David Dobrik. Weißt du, so Leute wollten einfach nur Spaß haben mit den Freunden. Und habe mir gesagt, fuck, Bro, ich sitze hier... Und du sitzt da in deinem Büro und denkst du... Mit meiner... Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Da zwei, fünf netto oder so. Und dachte mir so, Bro, das ist auch nicht die Welt. So scheiß drauf. Und habe ich gesagt, alles auf eine Karte. Das ist so crazy. Ich glaube, das würden so viele nicht machen. Und ich hatte einen sicheren Job auch. Man muss auch sagen, es gibt auch gute Gründe, das nicht zu machen, weil... Ja, das ist der One in a Million. Es ist so gefährlich. Wir haben heute darüber gesprochen, als wir so ein bisschen rumgelaufen sind. Die Stadt ist wirklich verrückt. Also entweder du bist halt... Du machst halt Geld oder du bist halt wirklich komplett am Boden. Es gibt fast gar nichts dazwischen. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, hat mich erinnert, dass ich ein Detail vergessen habe. Ich war auf Facebook, habe ich gescrollt. Ich glaube, da gab es diesen Typ, sein Name war Nemo. Er war so ein kleiner Creator und mit dem habe ich immer so ein bisschen gechattet. Er war so aus Tschechische... Tscheche... Tscheche Republic. Und er hat mir einen Link geschickt oder was repostet auf Facebook damals. Und es war Gary V. Ein Video von Gary V. Es gibt dieses bekannte Video, wo er auf der Straße sagt... Gary V ist so Investor-mäßig, ne? Kennst du Gary V nicht? Ich kenne ihn so grob. Er ist in Amerika mega bekannt als Motivationssprecher. Und er ist der Beste in seiner Szene. Aber er fokussiert sich auf Social Media. Er hat so ein Uber damals investiert oder daran geglaubt. Facebook. Er hat alles immer so vor drei, was in der Zukunft passiert, vorausgesagt mit Social Media. Also er ist immer on point gewesen. Auf jeden Fall war dieses Video so theoretisch die Bullet Points, worüber er geredet hat, so mega mit viel Energie. So, ja Digga, du bist 21 Jahre alt. Du hast noch acht Jahre Zeit, Risiken einzugehen. Mach, was du machen willst. Verfolge, die Ziele, die alle dir sagen, kannst du nicht schaffen. Du hast noch kein Baggage, was für mich damals mega viel Sinn gemacht hat. Keine Kinder. Keine Verpflichtungen. Ich habe kein Haus gekauft. Ich habe keine, wie nennt man das, keine, ich habe nichts finanziert, dass ich irgendwie was bezahle. Ich könnte einfach jetzt abhauen. Keine Freundin gehabt, was ja auch theoretisch wichtig ist. Theoretisch. Ich persönlich denke, wenn du eine frische Beziehung hast, Bro, und da gibt es ein größeres Dream, was du schon länger geträumt hast, was ja bei mir der Fall war, da musst du auch manchmal da ins Apfel beißen und sagen, hey, wenn du nicht mitkommen willst, muss ich leider alleine los. Und der hat mir auch noch mal ein bisschen Feuer gegeben. Das weiß ich noch. Krass. Der hat mir so die Augen eröffnet. Gary V. Gary V. Ja, dann warst du wieder zurück in Deutschland, alles war so scheiße, Mann. Und dann habe ich von so Februar bis Sommer einen Masterplan gemacht. Also meine Arbeitsmoral wurde von 100 Prozent, weil ich hatte so eine höhere Leitungsposition bei Calvin. Ich war nicht einfach nur Verkäufer. Das heißt, ich hatte so ein bisschen mehr Freiheit, irgendwie hinten rum zu bummeln, so im Büro. Also auch schon in so einem Store gearbeitet quasi. Genau. Und ich habe auf jeden Fall von, bin ich von 100 Prozent so auf 20 runtergegangen und habe mich nur vorbereitet. Was kann ich verkaufen, was ich habe? Ich weiß noch, ich hatte bei Ikea gerade so ein ganzes Setup gekauft, Tisch und wie nennt man das, Drehstuhl und alles und das waren 700 Dollar. Und damals noch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, konnte man Sachen zurückgeben innerhalb von einem Jahr und du kriegst das ganze Geld zurück. Ich so, Digga, ich bringe das alles wieder zurück, 700. Mein Fernseher verkauft, 700. Und habe alles gesammelt, damit ich einen guten Puffer habe. Ja, 1400 wird aber jetzt nicht so lange reichen hier in der Stadt. Wie viele Fernseher hast du gehabt? Ich habe ja auch das Gehalt gehabt, denn ich habe viel gespart. Und Miete war ja auch nicht so teuer. Und habe ich alles gespart, alles auf eine Karte gesetzt. Und habe ich mich mit meiner Chefin damals getroffen und meinte so, I'm out. Mich abgehauen. Das war wirklich so one way. Wie lange hat es gedauert von, du warst in diesem Urlaub, hast so Logan, George kennengelernt. Genau. Mark. Mark. Mark war so meine Hauptverbindung. Und bei ihm war ich damals auch viel in den Vlogs mit drin. Und dann bist du zurück nach Deutschland. Und wie lange hat es gedauert, bis du dann die Entscheidung gemacht hast, yo, ich gehe nach Amerika? Wie ich gerade gesagt habe. Februar bis Sommer. Februar habe ich alle kennengelernt. Diese ganze Story, die ich dir erzählt habe, war im Februar. Nach Hause gegangen. Alles klar, Masterplan. Und dann im Sommer abgehauen. Krass. Das ist nicht so lange. Nie wieder zurückgezogen. Und dann die Urlaubstage, wenn du sie nicht genommen hast und kündigst, kriegst du ja auch noch extra ausgezahlt. Habe ich auch noch Urlaubstage bezahlt gekriegt. Habe ich alles geplant. Geil. Und dann bin ich hergekommen, aber ich hatte irgendwie keinen Job oder so. Es war nicht so, yo, komm rüber. Ich bin einfach selbst rübergekommen. Keiner hat mir gesagt, dass ich rüberkommen soll. Das ist so risky. Das ist so gefährlich, Mann. Ich wusste, ich habe auch überhaupt unrealistisch keinen richtigen Plan gehabt. Wie ich Miete zahlen soll. Wie kann ich überhaupt einen Mietvertrag unterschreiben. Ich habe nur zwei Freunde, wo soll ich pennen. Ich dachte mir so, kriege ich schon irgendwie hin. Weil Marc hat gesagt, ich kann in seinem dritten Zimmer wohnen. Oder in seinem zweiten Zimmer, das er frei hat als Büro. Matratze auf den Boden geschmissen. Und dann habe ich das da halt drei Monate so den Start gemacht bei ihm. Und da war ich so circa ein Jahr alleine selbstständig gewesen. Habe so kleine Jobs hier und da gemacht. So als Freelancer, als Videographer. Habe ein paar gute Leute kennengelernt. Und dann eines Tages habe ich immer mit Logan gechattet. Ich glaube, das war so, ich habe ihm geschrieben, yo, lass mal Running Canyon hiken gehen. Da hat er gerade einen Hund gehabt. So einen neuen Hund, den Husky, den er hatte. Broly, der jetzt mein Hund ist. Ich habe ihn adoptiert von ihm. Dann habe ich so gesagt, lass mal hiken gehen. Ich mache ein paar Fotos, schießen wir, chillen wir ein bisschen. Und meinte, alles klar. Und dann sind wir am selben Tag noch hiken gegangen. Und er brauchte gerade einen neuen Videographer. Ja, okay. Und dann meinte er so, yo, wir fliegen am Wochenende nach Vegas. Lass mal testen. Willst du mitkommen? Krass. Dann hat es mit Vegas aber nicht geklappt. Und dann habe ich halt noch so ein bisschen, habe ich halt mega fantasiert. Ich so, shit, Bro, das ist meine Chance. Habe ich ihm geschrieben so ab und zu. Ich so, yo, wie sieht es aus? Und dann meinte er so, komm mal zu mir nach Hause. Hier ist meine Adresse. Lass mal quatschen. War nicht in seinem Backyard, in seinem alten Haus, was du wahrscheinlich von dem Blog kennst. Habe ich hinten gesessen und er hat halt mit mir geschnackt. Und er meinte so, kurz so knapp, Digga. Was geht ab gerade bei dir? Bist du irgendwie, hast du eine Freundin? Ich habe gerade mit meiner Freundin bei alles den Bacher untergegangen. Hier in Amerika hattest du den Göffel. Genau, genau. Bei mir lief nicht, weißt du? War mega shit. Ich war in einer shit Situation. Und er meinte zu mir so, ja, Bro, ich weiß nicht, was wir dir abgeben. Ab geht, aber kannst du einziehen? Da oben ist ein Zimmer. Ich stelle mir gerade vor, wie Logan Paul so auf Deutsch redet. Kannst du einziehen? Und dann damals in dem Zimmer, wo er seinen Finger rauf gezeigt hat, meinte er so, ja, Spencer wohnt da gerade, aber er zieht da bald aus. Kannst du das Zimmer haben? Ich so, ja, zufällig habe ich gerade nicht wirklich eine gute Wohnverhältnisse. Ja, und dann theoretisch innerhalb zwei Tagen bin ich zu meiner Storage gegangen, weil ich alles in Storage hatte. So die Essentials gepackt und bin direkt eingezogen. Was auch mega komisch war, weil er einfach gesagt hat, zieh ein. Aber es war nicht so, weil normalerweise würdest du ja nochmal fragen, vielleicht später, ey, Digga, meinst du so einziehen? Einziehen? So, ich bring meine Matratze. Ja, ja, ja. Ja, ich bring meine ganzen Shit mit. Aber da habe ich ihn nicht gefragt. Ich habe gedacht, ah, meint das ernst? Ja. Bin ich hingegangen? Eingezogen. Digga, das ist ja verrückt. Das ist so random. So viele kleine Punkte, die genau so passieren mussten. Ich bin direkt zwei Tage nach der Luau eingezogen. Er hat mal so eine krasse Party mit dem Sand hinten gemacht. Ja, ja. Das ist so ein Legendary Video, wo Riley Reid im Thumbnail ist mit einer riesigen Wodka-Flasche. Ja, hat glaube ich 10 Millionen Views. Das ist ein sehr bekanntes Video. Das habe ich auch noch dreimal geguckt. Das ist genau, wo ich eingezogen bin. Er meinte, wir haben eine crazy Party, aber zieh danach ein. Aber, aber zieh danach ein. Erstmal Zimmer putzen da oben. Bei mir, also ich habe viele Risiken eingegeben. Ich habe mir auch ein Auto gekauft. Gerade zwei Wochen, bevor ich so bei ihm den Job gelandet habe, habe ich auch ein Auto gekauft, was theoretisch viel zu viel war. Aber warum? Also was ging da ab? Unrealistisch dachte ich im Hinterkopf, ich kann schon irgendwie wingen, weißt du, irgendwie schon bezahlen. Ist es vielleicht auch hier, weil es so dieser Vibe ist, dass alle so... Ja, ich wollte kein Toyota haben. Ich habe gedacht, ich habe einen großen BMW. Ich habe ein Dealership reingegangen, habe mir ein Auto gekauft, was ich theoretisch nicht leisten konnte. Was hast du dir geholt? Ich hatte nicht so viel Geld natürlich, weil ich ja auch ein bisschen sicher sein musste. Ich habe nur eine Vierer-Serie, 428, also 428, zwei... Das knallt trotzdem schon, ja. Ja, es ist der niedrigste, aber es war auf jeden Fall schon so, was ich haben wollte. Ich bin auch nicht so ein typischer, ich bin auch nicht so ein Autotyp. Für mich ist es egal, ob es Sport ist oder ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos. Für mich war das auch egal. Egal, Hauptsache kein Toyota. Genau, und ich hatte auch ein Polo in Deutschland, also für mich war es schon mal ein Upgrade. Auf jeden Fall, das hat mich auch noch daran erinnert, dass wenn du in deine Risiken eingehst, sag mal, als ich hergekommen bin, dann ziehst du ja auch die Energien an. Also du kommst her, du hast diese Ambitions, die mega groß sind, du willst das machen, dann ziehst du auf einmal die Leute an. Du meinst, weil die Leute so, du gelaberst mit Leuten und sagst denen halt so, ja, ich bin einfach hergekommen und hab Bock, hier was zu machen. Nee, nicht deswegen, ich rede so mehr so vom, so ein auf Hipster-Technisch so. So spirituell ein bisschen? Genau, the universe, weißt du? Du schickst die Energien so von dir raus, was du so sagst. So manifestieren so. Ich werde das ballern, ich werde das so und so, dass dann das irgendwie zurückkommt. Genau so, wenn du, mit dem Auto war das so, ich hab unrealistisch das Auto geholt, was ich wusste, dass ich nicht bezahlen konnte, aber dadurch hat sich viel in mir aktiviert, dass ich mehr Stress hatte, dass ich Geld machen muss und mehr Feuer am Arsch hatte. Weißt du, was ich meine? Marc damals hat mir erzählt so, ja, Miete ist mega teuer, hat 6.000 für sein Penthouse bezahlt, aber das feuert ihn jeden Tag an, dass er das Geld machen muss. Boah, das ist verrückt. So kann man es machen. Ich glaub, mich wird das eher abfacken. Ja, Bro, aber überleg mal, wenn du drüber nachdenkst, wenn du da eine Million, zwei Millionen auf dem Konto hast, dann denkst du dir so, oh, egal was passiert, ich muss heute nicht streamen, ich muss nicht arbeiten, oh, ich muss nicht so viel Arbeit in real life reinmachen, weil die 16.000 oder 20.000 reichen mir in meinem Stream. Boah, das ist eine Safe Zone. Da geht immer noch ein bisschen nach oben und es gibt immer noch ein bisschen mehr Feuer. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber bei mir ist das gar nicht so. Ich glaube, ich könnte auch 100 Millionen auf dem Konto haben. Aber allgemein, ich sag nicht, dass es bei dir so ist, aber so in allgemein. Also jeder ist so ein bisschen anders motivierbar. Manche können sich damit so richtig krank pushen. Comfort Zone ist auf jeden Fall immer, also es gibt ja so eine Quote, the comfort zone is where your dreams die. Ja, Mann. Wenn du bei deiner Mutter noch wohnst, die Miete bezahlt wirst, du kriegst Geld, musst keine Miete zahlen, aber hast vielleicht einen Job und hast da deine 2000 Monate ohne Ausgaben, bist du mega, mega in der Safe Zone. Und deine Dreams, egal was du machen willst, gehen in den Bach runter. Das sage ich, das war locker vier oder fünf Mal in so einer Folge, wir machen am Ende immer so Empfehlungen der Woche, habe ich das, glaube ich, empfohlen schon, dass ich so, ich mag so Sachen, wo man so außerhalb seiner, jetzt schreiben mir wieder tausend Leute DMs, dass ich das schon zum sechsten Mal empfehle. Das ist mir sowas von scheißegal, ich werde es wieder sagen. Dass ich manche Sachen extra mache, wo ich eigentlich keinen Bock drauf habe, weil ich aber weiß, es ist so außerhalb der Comfort Zone so, dass man zum Beispiel, wir haben einen Live-Podcast gemacht, wo wir so vor so einer Audience waren und so und ich habe da, ich habe übelst so Schiss vor so Bühne, so ich feiere das so semi und wir haben es aber einfach gemacht so, weil ich dachte, ja, ich habe da Angst vor und es ist außerhalb der Comfort Zone, aber ich finde sowas immer übelst geil. Und am Ende war es ja auch dann cool. Und es war mega geil und jetzt machen wir eine Tour. Ja. Siehst du? Also so richtig geil. Ja. Aber ja, fühle dich auf jeden Fall. Das war mein Kollege Mike damals auch so, er war so seine ersten Night Shift Episoden, die ich ja bis heute jeden Einzelnen gefilmt habe. Die haben wir damals in der Garage nur so auf chillig gemacht, das war erst nur so Spaß. Da hat er auch immer geschwitzt und immer so Anxiety-Attacks gekriegt, immer so Angstzustände, weil es zu viel Pressure war und vor der Kamera und wenn Logan immer so ein Video war, war es für ihn zu viel so, wie nennt man das, zu viel Pressure einfach, weil Logan ihm dann sagen würde, was machst du da für ein Shit, deine Show schockt mich. Mit dem, er war zu der Zeit der größte Vlogger gefühlt. Nicht gefühlt, er war glaube ich der größte Vlogger. Er war der meiner, der größten, ja. Ja, er hat Daily, wie du meintest, er hat Daily gevloggt, drei Millionen Views a day. Das ist so typisch, wenn du so Angst hast, was deine Freunde denken. Wenn du deine Träume machen willst, die so ein bisschen unrealistisch sind oder cringe am Anfang, dann hast du immer so Angst, was deine Freunde sagen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, safe. Und das ist auch ganz eine große Hürde. Das ist auch gerade bei mir so. Ich denke mir auch so, ich wollte, ich bin auch damals hergekommen und habe ein bisschen Vlogs gemacht, weißt du. Und dann habe ich aufgehört und jetzt habe ich halt so diese Pressure von so Mike, was würden die sagen und komme ich dann rüber, als wenn ich so den Fame schnorre von denen. Also, weißt du, da sind halt so viele Sachen, die dir halt so Pressure geben. Und dann denke ich mir so, kann ich nicht machen. Ich glaube, ich hatte dasselbe, ich habe nicht gefurzt, es war dieses Kissen hier. Oh, klar. For real, for real. Ich glaube, ich hatte dasselbe, als wir angefangen haben, letztes Jahr zu vloggen und so. Es ist ein bisschen anders, es ist nicht so, dass ich jetzt dachte, okay, meine Freunde cringen sich komplett weg. Das tun die, glaube ich, sowieso egal, was ich mache. Ich glaube, das war dir eigentlich egal, was wir jetzt so denken. Nein, ihr wart ja auch Teil davon. Ja, ja, klar, aber jetzt nicht so, dass du jetzt dachtest, oh, hoffentlich kommt das bei uns gut an oder sowas. Aber die Pressure war irgendwie von dir selbst da drauf. Ja, genau, weil ich halt so dachte, oh shit, da sind Leute, die erwarten von mir jetzt, dass es von Anfang an direkt krass ist und so und ich habe mir selber übelst den Druck gemacht. Genau, daran denke ich auch. Ich habe selber halt auch viel diese Vlogs zu der Zeit geguckt von so David Dobrik, Logan Paul, den ganzen Leuten halt, weißt du, so aus Amerika und wie ich es bei allen Sachen mache, so ich nehme mir, ich orientiere mich sehr krass am so amerikanischen Markt, weil ich den viel, also das ist meistens so gefühlt ein halbes Jahr oder ein Jahr voraus oder so und ein ganz anderer Style und ich habe mich da auch da sehr daran orientiert und versucht es in dieser Art und Weise irgendwie so umzusetzen. Und das war so ein fucking Druck, dass ich so, ich hatte wirklich übertriebene Kopfschmerzen, wenn wir im Editing waren. Es war, Miguel kann ein Lied davon singen, es war die Hölle, man. Das war letztes Jahr LA, hast du ja noch gevloggt? Ja. Und ich weiß noch, wie, nächtelang saßt ihr da noch an dem Tisch und dann nochmal zu zwei drückte ich, Miguel sitzt so, Kevin sitzt so daneben. Nein, mach das nochmal so, nächtelang, Millisekunde links und rechts und so. Was ja aber, dass irgendwie dann auch die Qualität am Ende ausgemacht hat. Ja, die Videos waren gut, ich mochte die, aber so, das war, das war Pain. Aber es ist mit jedem Creator so. Du sagst, du hast es jetzt gerade mit Logan und David verglichen. Ich kann nichts über David sagen, aber Logan, selbst wenn er Editor hat, er hat jedes einzelne Video am Ende des Tages, so, selbst wenn es ein Sonntag war, Samstag, wo wir alle in der Garage gechillt haben, so auf 10 Uhr abends und alle was gemacht haben, war er immer noch in der Küche an seinem Computer und hat Notes gegeben. auf dieser Seite, wo du ein Video hochladen kannst, du kannst es so für Timestamp ein Note geben, mindestens zwei Stunden am Tag, er hat zwei Stunden am Tag immer für jeden, oder nicht für Daily Vlog, hat er nicht Daily gevloggt, für seine Videos damals, für jedes einzelne Video immer sein Input gegeben. Das ist ultra richtig. Ist nicht einfach nur abgeschickt zu Hayden, so wie du denkst, und dann kommt das zurück perfekt. Immer noch so 30, 40 Prozent Input. Also Hayden war sein Editor, ich weiß nicht, ob du weißt, oder Chat. Er ist einer der besten Editor, er ist auf jeden Fall mega gut. Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man so, also, dass man halt das macht, und ich finde, was meine Mom mir auch so gesagt hat, dass immer wenn du was abgibst, solltest du es vorher einmal gemacht haben. Also ich finde, man sollte wissen, hey, wie schneide ich ungefähr ein Video, bevor du jemanden holst, der dir ein Video schneidet. Ich finde, das ist übelst wichtig. Oder wie filmt man ein Video, bevor es jemand anderes macht. Ja, vor allen Dingen als Künstler. Dass diese Person es besser machen kann, okay, ja, klar. Dafür holst du die ja. Ja, ich bin nicht der beste Cutter, auf keinen Fall. Niemals. Ich könnte niemals so gut schneiden wie den Cutter, den ich jetzt habe. Aber ich wüsste ungefähr, wie ich ein Video zu schneiden habe. Für mich würde ich das nicht als so ein Job, so dass, oh, du gibst alles ab für den Cutter, dass er deinen Vlog schneidet. Es ist nur so dein Creative Partner. Er hilft dir, theoretisch. Er macht für dich die Drecksarbeit, wenn es so um den groben Schnitt geht und so die Points zu finden und dann verfeinerst du das ja noch. Das ist eine Zusammenarbeit. Ich würde nicht sagen, dass wenn du ein Editor bist, dass es so theoretisch ein Job ist. Du bist theoretisch auch ein Creative. Auf jeden Fall. Der seine, wie nennt man das? Seine Handschrift auch da mit reinpackt. Ich glaube, das checken auch viele Cutter nicht, wie wichtig sie sind für den Content. Ich meine, je nachdem, was für ein Content das ist, right? Ich meine, es gibt auch... Okay, Reactions halt ist dann was. Naja, oder keine Ahnung. Ich meine, wenn du ein Tech-Channel bist, da ist der Editor wirklich eher jemand, der einfach von 0 bis 5... Genau, genau. Du musst auch den Humor verstehen. Mike zum Beispiel bis vor sechs Monaten hat alle seine Vlogs selber gemacht. Alle seine Episoden von der Nightshift hat er komplett selbst in iMovie bearbeitet. Weil er keinen vertraut hat mit der komedischen Sprache, mit der Comedy. Das wär so du... Weil du hast ja deine Jokes, die du hitten willst und wo du schneiden willst, oder sag ich immer, du hast einen awkward Moment nach einem Joke, wo du es noch ein bisschen atmen lassen willst, was jeder andere wegschneiden möchte. Genau. Ja, ja, das checken viele. Er hat niemandem vertraut, deswegen hat er das immer... Boah, das war so schlimm bei mir auch am Anfang. Ich hab niemandem vertraut. Mann, ich hab auch die Videos am Anfang selber editiert oder sehr viel. Miguel hat dann, also der Camera Guy, hat irgendwie, weiß ich, acht Stunden editiert, ich dann nochmal zwei Stunden drüber gefahren. Es war wirklich die Hölle, Mann. Es war die Hölle. Ich glaube, die geilsten Momente waren, wo Miguel so eine ganze Nacht irgendwie durchmacht, so gefühlt acht, neun, zehn, elf, zwölf Stunden an und was schneidet. Und dann schickt er das Kevin und dann sagt Kevin, ah nee, ich hab mich doch umentschieden, wir machen doch ganz anders oder so. Alles nochmal von vorne. Ey, Bro, aber was... Nochmal zurück zu diesem ganzen LA-Thema und so. Ich glaube, das ist, was auch viele Leute interessiert. Was würdest du sagen, ist so am krassesten anders hier im Vergleich zu irgendwie Hamburg oder Deutschland allgemein oder so? Also was ist so... Viele Kategorien dafür ist viel anders hier. Was für dich so das, was du am meisten notest oder genotest hast oder vielleicht immer noch? Vielleicht auch positiv und negativ. Das Einzige, das ist eines der größten Gründe, die mich halt immer noch so gespaltet lässt mit den, wo ich am Ende mich für immer sehe, so ob ich hier in einer LA-Firma bleibe oder Deutschland, unabhängig von Geld oder wie expensive es hier ist, sind die Menschen. So hier sind alle sehr oberflächlich. Ist das so auch? LA auf jeden Fall. New York ist eine ganz andere Geschichte. Ich rede nicht von Amerika allgemein. LA ist mega fake, oberflächlich. Vielleicht die amerikanische Kultur ist so mega geldgierig. Es geht nur ums Geld. Ich zum Beispiel bin gar nicht so, ich bin mega bodenständig. Für mich ist das scheißegal. Ich muss mein Geld machen, ja. Und ich denke, Leute sind auf deren Film manchmal und was auszu... Wie nennt man das? Wenn sie da auf einem Film sind mit Vlogs oder mit... Fuck, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet. Mach auf Englisch sonst. Aber wenn du auf deiner Schiene bist mit Geld machen, sag ich mal, als du damals YouTube angefangen hast und du dachtest so, shit, ich mach Geld, dann bist du erst mal so am Anfang auf der Geldschiene. Aber irgendwann musst du ja auch wieder runterkommen auf den Boden und dir denken, okay, ich hab jetzt mein Geld gemacht ein bisschen und jetzt geht es nicht nur ums Geld. Man hat so vielleicht so eine kleine Phase. Hier bleiben die Leute in der Phase stecken. Ah, die bleiben auf diesem Mose. Die bleiben auf diesem Mose. Du hast schon 20, 10 Millionen in der Bank und du hast ein Haus. Warum schiebst du das alles nur noch vom Geld abhängig ist? Das ist für mich mega schwierig. Und ich rede nicht über jemanden speziell oder über meine Gruppe. Ich rede über jeden. Jeder Einzige, Bro. Jeder Einzige. Es geht nur ums Geld. Wie war das für dich so, hierher zu kommen und dann hast du ja auch halt Familie und Freunde auch irgendwie ein Stück weit zurückgelassen, weil das ist ja kein Katzensprung hier. Kannst jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, stell dir vor, du gehst von Hamburg nach Amsterdam. Kannst sagen, ihr kommt mal Wochenende mal rum. Es gibt zwei Punkte. Ich habe erstens eine sehr kleine Familie. Ich habe nur meine Mutter, meinen Vater und meine zweieinhalb Geschwister und meine Oma. Das ist alles. Keine Familie. Also viele Leute haben mehr als das im Land. Bei mir ist es nur das. Der Rest ist in Polen. Und dann, ich denke, auf meiner Vaters Seite ein bisschen in Albanien. Aber so allgemein, sehr kleine Familie. Also familientechnisch. Und die sind auch mega jung. Da lasse ich ja keinen im Stich. Die können ja auch herkommen. Meine Mutter ist 20 Jahre alt als ich. Also sie ist 48. Ist nicht, ist nicht. Sie ist noch hip, weißt du. Sie kann auch herkommen und ihren eigenen Ding machen, weißt du. Und das war nicht für mich so schwierig, weil heutzutage FaceTime, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ich vermisse meine Mutter in Person, aber ich rede mit ihr so oft über FaceTime, es ist so, als wenn sie nie weg wäre. Ich war über Weihnachten da für vier, fünf Tage. Und so nach zwei Tagen, als ich mich dran wieder gewohnt habe, dachte ich mir so, als wenn ich nie weg wäre. Krass, krass. Okay, das ist gut. Also das ist nicht so schlimm gewesen. Und mit Freunden, wie ich ja gesagt habe, ich bin ja schon immer seit 2013, 2014 so regelmäßig hergekommen. Ich habe so langsam einen Freundeskreis hier aufgebaut, hatte zwei Freundeskreise hier und in Deutschland und habe mich langsam in Deutschland abgeknüpft. Okay. Das war also so eine smooth Transition. War nicht so. so aus dem Nichts. Ich habe nur so meine Day One. Ich habe zwei Homies, zwei, drei Homies, mit denen ich halt nach Deutschland gehe. Es ist, als wenn sich nichts geändert hat. Ich meine, das ist ein bisschen kleiner bei mir, als ich nach Köln gezogen bin. Das ist natürlich anders, als wenn man nach Amerika zieht, I guess so. Aber ich habe auch so Homies und du ja wahrscheinlich auch, so man sieht die so gefühlt vier, fünf Monate nicht oder länger teilweise. Manchmal so einmal im Jahr oder so. Ich habe teilweise die Jungs aus Berlin zwei Jahre nicht gesehen und dann haben wir wieder gechillt und es war so, als hätten wir wie immer je gesagt. Das sind die besten Freunde. Das sind die besten Freunde. Die da nicht so einen aufschieben. Ja, Bro, du hast dich nicht gemeldet. Geh mir weg, Mann. Ich bin gerade in L.A., ich bin zu weit weg. Natürlich melde ich mich nicht. Ja, man hat auch andere Sachen. Die haben andere Sachen, man selber hat andere Sachen. Ich bin gerade im Hasseln. Ich habe keine Zeit jetzt, mit jemandem zu schnacken, wenn ich dich nicht sehen kann. Weil mit den Homies schreibt man ja nicht so viel, aber es sei denn im Gruppenchat. Mit den Homies hängt man ja ab. Richtig. Und wenn du die Verbindung verlierst, dann ist das halt so. Ja, passiert. Und meine zwei Homies, Bro, wenn ich zurück bin, ist, als wäre nichts wäre. Ja, dass das so nice ist. Gehen immer noch in ein selben Restaurant, haben dieselben Gespräche, rauchen eine Shisha, ist alles normal, weißt du? Wie oft bist du so zurück, würdest du sagen? Sehr selten, Bro. In fünf Jahren, würde ich sagen, war ich unter fünf Mal in Deutschland. Okay, krass. Das ist krass. Und zweimal davon war Weihnachten, also das zählt ja auch nicht wirklich. Wenn alle ja auch irgendwie weg sind oder mit ihrer Familie sind und alles ist zu, kannst nichts machen. Das ist verrückt, Mann. Aber so, ich meine... Aber Pandemie war auch dazwischen. Also du musst verstehen, dass da zwei Jahre Pause war. True. Dann konnte man nicht einfach rüberfliegen und Deutschland hat ja richtig Absturz geschoben. Du hast, weil du gerade Pandemie sagst, du hast erzählt, dass du auch... Du warst kurz davor, eigentlich wieder nach Deutschland zu gehen, ne? Der Plan wäre ja fast nicht aufgegangen. Als die Pandemie ange... Also ich war nicht davor, ich war nur... Also ich bin ja mit Logan eingezogen, sag ich mal, Mitte 2019. Das heißt, sechs Monate vor Pandemie, richtig? Ja. Das heißt, wäre ich nicht eingezogen und wäre ich in der Pandemie alleine hier in Hollywood oder irgendwo in der Stadt mit der Miete und allen Ausgaben, weil es ja auch mega teuer ist, hätte ich es nicht überlebt. Weil alle Productions waren zu, alle diese... Am Anfang war ja alles zu. Leute, die sind ja gar nicht rausgegangen. Das war Panik komplett. Ich hatte keinen Arbeitgeber. Wenn du Freelancer bist, ist ja nicht so, dass dein Arbeitgeber dich jetzt versicherungstechnisch bezahlt. Nichts. Ja. Vielleicht hätte ich es geschafft, aber dann habe ich dir ja schon erzählt, dann hätte ich da jetzt Schulden für die Miete nach zwei Jahren. Ja, du meintest, dass hier vom Staat irgendwie so... Es gab eine Protection. Das war so ein... Ich glaube übersetzt so wie ein Ausnahmezustand, Emergency noch. Und das heißt, alle... Du musstest noch Miete bezahlen, aber wenn du... Wie nennt man das, wenn du deine Miete nicht zahlst und du rausgeschmissen wirst? Also wenn du... Gekündigt? Du wirst gekündigt, aber die könntest du dir nach Hause kommen und dich auch aus der Wohnung rausholen, Zwangs... Zwangsräumung. Genau. Ja. Die wurden eingestellt. Das heißt, die Polizei durfte nicht die Wohnung räumen. Das war so ein Mandat hier. Verstehe. Das bedeutet, das war halt für alle Scheiße, auch die Vermieter natürlich, weil die müssen ja auch ihre finanziellen Sachen bezahlen. Aber sag ich mal, zwei Jahre Pandemie, wo alles halt filmbar mit den Regulations, wenn du da 2.000 Monate Miete hattest, hast du auf einmal da 24.000 oder mehr halt im Nacken, ne? Crazy. Ja, das ist natürlich nicht so... Ja, natürlich. Und dann geht finanziell halt alles den Bach runter. Ja. Vor allem, ja, du kannst ja auch nicht in irgendwas investieren, in nichts kaufen gefühlt, weil du mit Schulden abzahlen musst. Ja, ja, ja. Also viele sind in Schuldenfalle hier gefallen. Das ist crazy, man. Also ich glaube, da wäre ich dann nach Hause... Hatte auch Sinn gemacht, Bro. Nach Hause für die Pandemie, zu Hause ist ja auch nicht so schlimm. Hätte ich mich nicht drüber beschwert. Ich hatte halt nur die Situation, dass ich halt mit Logan gewohnt habe und ich bin auch mega dankbar dafür, Bro. Ich habe die Pandemie nicht wirklich gefühlt. Weil unser Haus war groß. Stell dir mal vor, der normale Einheimische hier, der hier wohnt, hat eine Zweizimmerwohnung, Dreizimmerwohnung, mit seiner Frau, klein, vielleicht noch ein Kind, vielleicht nicht viel Tageslicht. Da wirst du ja verrückt in der Wohnung. Ja. Ich hatte ein Riesenhaus, Bro. Mein eigenes Zimmer, meine Kollegen Mike, mit dem war ich auch schon vorher befreundet, bevor wir gearbeitet haben. Logan, Evan hat da gewohnt. Wir hatten jemanden im Studio, so ein Music-Producer hat da gewohnt. Wir hatten eine Chefin, also einen Koch, der jeden Tag gekommen ist. Geil. Das stimmt. Sogar während der Pandemie ist er trotzdem eingekaufen gegangen. Und wir hatten komplett Essen. Also, ich weiß nicht, was ich auch durchsagen soll, dass ich auf jeden Fall mega dankbar dafür bin. Ja, ich hatte Glück. Safe. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es nicht verdient, dass ich da war. ich habe Glück gehabt, Bro, dass ich am Start war. Aber ich wurde auch noch bezahlt. Weißt du? Wir haben ja am Anfang erstmal nicht geholfen. Du hast einen festen Arbeitsplatz auch. Das ist natürlich auch für mental. Der Blog war ja auch so auf der Kippe halt. Weil es war so Shit. Jetzt ist so Pandemie. Was machen wir denn nur zu Hause? Wir haben es dann irgendwie hingekriegt. Wir haben ja mega viel Shit gefilmt zu Hause. Und das war mega entertaining. Aber das hat dann auch irgendwann auch aufgehört. Weißt du, in der Pandemie. Wir haben ja auch, ich weiß nicht, wann das direkt war, haben wir auch mit den Blogs aufgehört. Und in der Pandemie habe ich da halt immer noch gewohnt und war halt nur so auf Call. Aber es war unter 10 Stunden die Woche vielleicht. Wo wir noch volles Gehalt gekriegt, da gewohnt. Konnte mein Ding machen. Viele Freiheiten auch. Also ich habe nicht da gewohnt, so einen auf Mitarbeiter. Ich habe gewohnt da wie ein Homie. Keiner hat sich bestellt. Ich konnte meine eigene Freundin rüberholen, Mädels, am Pool chillen. In der Garage war so ein Kino aufgebaut. Also so ein Screen, der runtergekommen ist. Die Filme gucken. Da hat keiner geschoben. Das ist krass. Da war nicht so, Logan war nicht so der Boss oder der Influencer, der so einen aufgeschoben hat. Yo, ich bin Logan Paul. So, ich komme in die Garage. Räum mal auf und hau ab. Ich will jetzt hier Filmen gucken. Ja, so bin ich mit Miguel meistens mit Tim. Weil ich habe das immer sehr geschätzt. Ich weiß noch einmal, habe ich den Film geguckt und dann Logan ist reingekommen und meinte, oh, sorry, dass ich gestört habe. Bro, ich glaube, so nett wäre ich nicht gewesen. Ich so, Digga, Samstagabend, ich habe mein Chick am Start. Geh mal raus, Digga. Du wohnst hier. Weißt du, du arbeitest so für mich. Also so hat er nie geschoben. Mega korrekt. Als einer der korrektesten Leute. Mega korrekt. Wahnsinn. Auch nie auf Geier geschoben, wenn es um Geld ging. Also der Typ hat ja alles bezahlt. Wenn es um Arbeit ging, so um Reisen. Warum guckst du gerade zu mir, Bro? Ich zahle diese Putze hier gerade. Ja, aber ich finde, das könnte man ja beibehalten, so in diese Richtung. Bro, was? Wenn es so um Reisen ging. Was hat er euch so alles bezahlt? Also so, was verständlich ist, ist ja natürlich Arbeit. Also wenn ich jetzt für einen Vlog reise und alles, dann ist es auch erwartet, dass die Kosten übernommen werden. Das ist ja theoretisch ein Business. Und ja, wie nennt man das auf Deutsch? Travel Expenses. Das sind Expenses. Travel Expenses. Wie nennt man das auf Deutsch? Travel Expenses. Achso, ich hatte ja gesagt auf Englisch. Okay, ja. Ja, Reisekosten. Das sind ja normale Ausgaben. Spesen oder wie man das nennt. Ja, Spesen. Ganz normal, verstehe ich. Aber wenn es denn so, manchmal hat er so gesagt, oh, wir gehen heute abends ins Kino. Hat nichts mit Arbeit zu tun, Bro. Es ist außerhalb der Arbeitszeiten. Und er sagte so in der Gruppe, jo, wer will mit ins Kino kommen? Hat er seine Mädel, seine Freundin gehabt. Er will halt alle Homies dabei haben. Und dann würde er sagen, oh, okay, Danny, war damals so eine Assistentin, kauf mal zehn Tickets für das Movie. Und keiner hat bezahlt. Und er hat auch nicht gefragt. Und das war so ganz normal. Ich glaube, Logan Paul hätte man bei diesem Steakhouse da gebraucht mit Elie. Diesen Steakhouse-Skandal, Junge. Dann hätte es nicht so ein dickes Drama gegeben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall mega korrekter Typ. Ich glaube, so wie er über Geld denkt, ist halt so, zurück ins Business investieren. Für die Vlogs, für die Freunde, dass wir alle Spaß haben. Natürlich, unoffiziell ist es ja auch so klar im Raum, dass er der Typ ist, der dann halt richtig Kohle macht. Da will er auch ab und zu, denke ich, nicht wegen 30 Dollar, die da nicht nervt. Ja, ist doch auch so einfach. Oder wenn man irgendwo hingeht, in so einem Park oder so, wo das dann 150 kostet. Was kostet ein Park? Was kostet 150? Ich weiß nicht, ich sage mal, wenn es eine Aktivität ist. Ah, du meinst so Freizeitpark-mäßig? Genau, oder wenn wir uns irgendwas mieten oder so, schiebt da auch nicht da auf. Gib mal die 200 zurück. Weißt du? Das finde ich auch korrekt. Also wenn du irgendwann so an einem Level bist, wo du sagst, ey, ob ich das jetzt mache oder nicht, juckt mich gar nicht, aber bei den anderen ist es halt ein bisschen anders. Genau. So, dann finde ich gut. Ich habe mich auch manchmal so. Sollte man immer. Warum zum Fick guckst du schon wieder zu mir? Das ist Spaß. Ohne dich hätten wir die Bude hier nicht. Ja. Ich bin auch sehr dankbar. I guess. Ohne dich hätten wir diesen Podcast nicht. Das stimmt. Das stimmt auch wieder. So, jetzt haben wir es. Ich finde das so crazy. Du erzählst diese Stories und ich höre dir zu und ich denke, also ich, ich check das nicht, dass das denn echt passiert ist, was du da so erzählst. Kannst du das checken eigentlich? Ich weiß nicht. Wie sind die letzten Jahre abgegangen? Normalerweise, normalerweise realisiere ich das meistens nicht, weil du gewöhnst dich an die Sachen. Ja. Ich bin ja schon so lange hier und natürlich ist es am Anfang crazy gewesen, aber ich habe halt nicht so einen großen Freundeskreis, wo sie mir das alle bestätigen, so, jo Bro, du arbeitest für den oder du machst das. Das realisierst du so durch DMs, denn, weißt du, Mike hat Lana gedatet und ich war dann halt mega cool mit Lana, das war dann auch so in den Vlogs, bevor die offiziell gedatet haben, so manchmal hat sie sogar geflirtet und für mich war das so normal, so ich, weil, ich habe sie ja normal kennengelernt. Das war einfach irgendeine Person für dich, aber für mich war das mega hart zu denken, jo Bro, warte mal, wenn ich jetzt in Deutschland sitzen würde, 19 Uhr gerade nach Hause gekommen, nach der Arbeit, Digga, auf Absturz, kalt und ich habe mir gerade eine Pizza reingeschoben da, wie ich dir erzählt habe, meine Lieblingspizza, meine Thunfischpizza und schiebe eine auf, auf einsam, keine Freundin, sitze da nur im Zimmer, habe nichts cooles am Start und du machst ja in Deutschland auch immer dieselben Sachen, mein Freundeskreis war immer der selbe Shit, Shisha-Bar, rumhängen, nichts machen, Digga, das ist ja, hey, da ist nichts krumm mit, also für mich war es immer Hammer, ich fand das mega, mega nice, aber das war so der Escape, du kommst nach Hause, guckst dir die Vlogs an, damals Casey Neistat, Bro, immer geguckt, das war für mich so ein Part meines Lives und dann auch Logan, ich habe Logan auch geguckt am Anfang und so habe ich mich oft halt so auf den Boden gesetzt und dachte so, David, erinnere dich mal dran. Also so mäßig, was würdest du selber von außen sagen, wenn du jetzt in Deutschland wärst? Genau, so typisches Beispiel, weißt du nicht, wenn du an alle Bonzen da draußen, weißt du, wenn du da dein Vater seinen Porsche fährst, denk mal nach, Bro, Porsche kostet sehr viel Geld, du könntest dir den nicht leisten mit deinem Anfang 20, aber du fährst den. Jetzt denk mal nach, oh, was ist mit dem Typen, der vielleicht mit der Familie die Hartz IV hat und die haben kein Auto. Dann kannst du dir so ein bisschen so einen auf den Boden setzen. Das ist wichtig, das ist wichtig. Mich hat auch jemand so gefragt, ich glaube auch in DMs oder im Stream oder so, so was der Kevin gesagt hat, also was ich selber gesagt hätte von so vor so sechs Jahren, hätte ich vor sechs Jahren gewusst, ich werde in sechs Jahren, also jetzt quasi, hier sein, wir haben diese Butze, wir haben so diese Leute, mit denen wir arbeiten, aber wir sind auch alle irgendwie super cool miteinander, wir sind alle befreundet, außer wir bei The Broke, wir sprechen nur noch über Anwälte. Wir sind Geschäftspartner. Ja, wir haben so diese Butze, wir machen so geisteskrank nice und stuff einfach, wir können im Grunde machen, was wir wollen einfach. Das habe ich, diese Taktik habe ich sehr oft benutzt, weil ich bin ja hergezogen und innerhalb eines Jahres habe ich mit ihm gewohnt und war theoretisch ein Part von den Vlogs. Also, dass der mich auch mit für ein paar Bits in den Vlog gepackt hat. Da habe ich mir auch manchmal gedacht, warte mal, vor einem Jahr habe ich ihn geguckt, da, als ich nach der Arbeit nach Hause gegangen bin. Jetzt wohne ich mit ihm und bin ein Part des Vlogs. Das ist so geil. Ich habe das auch voll oft. Das ist so geil. Selbst jetzt, wenn ich daran denke, denke ich so, was? Mega unrealistisch. Ja, das ist crazy. Ich habe auch so, so Sascha und Inscope, kennst du ja auch. Inscope kenne ich, ja. Ja, ja. Und Sascha, unsympathisch TV, hatten wir, glaube ich, auch schon mal gearbeitet. So ein bisschen kennst du wahrscheinlich. Und so, das sind einfach wirklich, die waren solche, also sind immer noch, aber die waren damals, als ich so 15, 16 war, solche crazy Legenden. Wirklich jeder in meiner Klasse hat die geguckt. Und ich war so, bis heute legit, ich gucke alle Videos von denen. So ein Fanboy einfach. Und so, jetzt, wir zocken manchmal zusammen, man kennt sich so, das ist so crazy. Oder so Ape Crime, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du, ob wir es so, dass man so mit Gengis oder mit Jan dann so connected ist. Weißt du, das ist so, Bro, das ist verrückt. Ich denke da so oft an, denkst du, Bro, wie weird einfach, dass Gengis, so ein YouTuber, den ich halt einfach früher übelst gefeiert habe, der sitzt einfach neben mir in meinem Fak, in meiner Wohnung, Bro. So what the fuck. Das ist schon crazy, aber man merkt halt auch irgendwann, also man hat das so eine Weile lang und irgendwann merkst du, egal wie krass du jemanden so als Idol siehst, wegen, in welchen Gründen auch immer, wenn du den dann wirklich in echt triffst, das sind einfach meistens ganz nochmal, also das sind einfach irgendwelche Menschen, weißt du, und du verlierst dann Schätze. Der Lewy, der hat einen Schaden, Bro. Ja gut, der, aber den hat auch keiner als Idol gesehen, also das ist, aber so, weißt du, der nächste, ja das ist halt einfach so, einfach normale Atze, im besten Fall. Manchmal triffst du Leute und denkst, boah, was für ein Huren. Das ist meistens Hopp oder Flop. Hab ich viele, ich hab echt in L.A. so, seitdem ich hier wohne, halt viele Leute gesehen, jetzt nicht, würde ich sagen, kennengelernt, aber. Ja, der erste Eindruck reicht meistens. Ich weiß nicht, wie du sagen könntest, jetzt den ich nicht getroffen habe, selbst wenn du nicht so einen direkten, wie nennt man das, wenn du nicht so einen direkten Kontakt hast in der Situation, kriegt man schon so den Vibe mit, so im Real Life. viele Leute, viele Rapper, die mega trocken sind oder keine, wie nennt man das, keine Persönlichkeit haben, weißt du, oder auch so Creator, die mega, mega fake sind oder nicht korrekt sind. Ja, warum guckst du schon wieder zu mir, Bro? Jesus Christ. Ey, ich frag mich so, wir haben da auch so ein bisschen so drüber gesprochen, wir haben vorhin drüber ein bisschen gelabert, so, ich frag mich, würdest du sagen, dein Mindset, also es ist jetzt so dieses magische Wort Mindset, aber würdest du sagen, so, dein Denken hat sich so crazy geändert, seitdem du hier bist, weil ich, ich glaube, du hängst schon mit, also ne, du, das sind ja schon crazy Leute, mit denen du hängst, checkst du, was ich meine? Ich glaube, das würde mich persönlich extrem verändern, in dieser, in dieser Riesenstadt, das ist insane, was wir hier sehen. Verändern in welchen Sinne, so eine, dass du Angst hast, dass du so, vielleicht in die Fake-Schiene reingehst, was vielen Leuten passiert, ich sag das jetzt nicht als negativen Punkt, es passiert vielen Leuten, viele Leute bleiben auf diesem Film hängen, dass sie auf einmal nur noch in der Cloud-Szene sind, weil hier gibt es mehrere Szenen, du kannst hierher kommen und Creator sein und du arbeitest so mit anderen Creatern, aber am Ende des Tages gehst du nach Hause und hast noch deine Freunde. Manche Leute bleiben komplett auf dem Film hängen, dass das für die nur noch, dass du nur ein Kollege bist oder jemanden, mit dem es wert ist zu chillen, wenn du auch Cloud hast. Klassiker. Aber ich meine, sowas gibt es bei uns ja auch. Ja, aber ich meine so, ich, keine Ahnung, so wenn man solche, so Motivationsarzten guckt und so, keine Ahnung, die sagen halt so voll oft, dass man sich ja umgeben soll mit Leuten, die man als tendenziell schlauer empfindet als einen selber oder die super skilled sind und Stuff. Du hängst aus mit drei Millionen, wie nennt man das auf Deutsch? Sorry, ich blabber so viel. Alles gut. Du hängst mit drei Millionären ab, du wirst der vierte. Es gibt doch so einen Spruch. Wenn du dich nur mit Leuten gehst, die Millionäre sind, wirst du der Nächste. Ja. Theoretisch. Ja. Wenn du zum Beispiel in dieser Finance World bist oder so mit diesem Amazon FBA, was alle machen oder so mit Reset. Ja. Wenn das alles deine Freunde machen und du lernst das durch die und du bist mit in der Szene und du profitierst davon von deren Wissen, dann wirst du der Nächste. Weil das ja theoretisch auch Mentore sind. Ja genau, das ist glaube ich das, wo ich nicht hin möchte. So Thema Business bist du glaube ich ja mit voll vielen Leuten umgeben, die voll drin sind, Big Cash machen. Das ist aber ein bisschen anders als ein typischer Job. Weil bei mir ist das Problem, es ist ja nicht so, dass ich jetzt von, zum Beispiel ich wohne mit Mike, dass ich von ihm lernen kann, wie man ein Business leitet oder wie man Merch verkauft, weil er das ja nicht macht. Er macht nur Vlogs und Podcasts. Und das ist, wo es schwierig ist, für mich so ein Level up zu machen, weil ich denke mir so, was habe ich denn jetzt die fünf Jahre für ein Skill aufgebaut? Ich weiß, wie man Videos macht. Ich weiß, wie man hinter der Kamera filmt. Ich habe mich aber auch schon vor der Kamera aufgewärmt. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt perfekt wäre. Ich weiß, wie man Podcasts macht und ich habe viele Connects und was auch immer es gibt. Da frage ich mich, was ich machen kann. Ich habe alle diese Optionen oder alle diese Bullet Points, aber ich weiß nicht, was ich mache. Ich denke mir so, shit, die einzige Option ist, will ich ein Creator sein? Habe ich mir seit vielen, seit einer längeren Zeit gefragt. Und dann denkt man sich halt so, willst du das nur machen, so einen auf, oh, die sind Creator und du willst einen auf Creator schieben? Oder fühlst du dich auch so wirklich, dass du ein Creator bist? Das sind auch zwei Unterschiede. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Dass du einfach nur in die Welt rein willst und du aber auch trocken auf der Kamera bist, Leute mögen dich nicht unsympathisch und du schiebst es irgendwie und schaffst es irgendwie. Oder du bist wirklich ein Creator, wo ich jetzt zum Beispiel vor kurzem gedacht habe, ey, ganz ehrlich, wenn ich so meine eigene Videos mache, hätte ich schon Bock zu. Ich hätte schon Bock, irgendwie so eine kleine Story zu erzählen und so kleine, was auch immer ich mache, weil viele Leute fragen, wie ist es zustande gekommen, wie du gefragt hast. Zeig mal ein bisschen BTS, weil viele dieser Vlogs ja so sehr aufdringlich sind und geplant. Zeig mal so ein bisschen einen realer Vlog und dann denke ich mir so, shit, das hört sich eigentlich ganz gut an. Jetzt spricht dir meine Sprache. Ich glaube, das, was du meinst, also ich könnte jetzt auch so ein, zwei Leute nennen und ich will es auch gar nicht verurteilen, weil ich kann es komplett checken. Die hängen, glaube ich, dann so mit Leuten ab, die halt so Creator sind, YouTuber, Streamer und die sehen so, oh shit, das ist, glaube ich, voll chillig und es ist nicht so extrem hart, dann da so Geld zu machen in dem Business und die dann halt dafür einsteigen und dann halt auch ihr Cash da machen und so, aber die jetzt nicht diese Leidenschaft so zu 120 Prozent haben. Ich würde sagen, Leidenschaft, ich denke, ist auch nicht 100 Prozent wichtig, weil ich kenne viele, die sind reingekommen ohne Leidenschaft und vielleicht nur fürs Geld. Das klingt geil. No, ich kenne definitiv ein paar Leute, wo ich am Anfang dachte, yo, ihr wollt nur so einen auf MrBeast eine Kopie machen. Aber am Ende des Tages haben sie einen riesen Channel und bei denen läuft, kann man auch nicht verurteilen. Nein, nein, null. Das ist sowieso nicht. Ich denke, jeder, der sich das jetzt anguckt oder der Creator sein will oder irgendwas hat, vor allen Dingen eine Nische, weißt du ja, was eine Nische ist, ne? Was ist das auf Deutsch? Eine Nische. Digga, mach was. Wenn du ein Kaffee-Enthusiast bist und du machst mega geil Kaffee zu Hause und du hast eine geile Maschine. Dann haben wir ihn hier. Ja. Großer Kaffee-Investor. Hau das auf TikTok, mach Reviews. Ich bin so ein kleiner Tech-Gig. Ich mag so Apple-Produkte und so Kameras. Bro, wenn ich in dieser Welt nicht wäre, werde ich wahrscheinlich auch so vielleicht Reviews machen oder so. Fand ich auch immer mega geil. Ich hab damals mal Unboxing-Videos geguckt. Ja, das ist auch immer nice. Das sind so für Nerds. Bisschen komischer Hans, wenn du da so Unboxing von Sachen anguckst, die du dir nicht kaufen kannst. Aber die machen Spaß. Das hab ich damals auch angeguckt. Mach's einfach. Ja. Und das ist das, was ich meine. Ich hab das Gefühl, das ist auch so ein Stück dieses Mindset so. Du hängst mit diesen ganzen Leuten ab, die alle was Kreatives machen und ich glaub, das verändert einen so komplett. Aber das ist ja, was ich meine. Ich hab halt so diese, ich denk halt so drüber nach, was kann ich jetzt machen, dass ich so Level-Up mache, dass ich halt nicht nur eine Rechnung zu Mike schicke oder zu Logan, wenn ich mit denen arbeite, weil das ist ja theoretisch Industrie-Standard. Ich schöffel jetzt kein Geld, ich bin nicht reich. Leute denken sich, oh, ich häng mit denen ab. Ich bin auch auf der Schiene mit viel Geld. Nee, ich hab immer noch ein Auto, was ein bisschen kaputt ist. Weißt du, was ich meine? Und jetzt denkt man sich auch so, was ist der nächste Schritt nach oben? Oh, das ist vielleicht auch krasser Druck. Der Druck ist da, weil, wie ich dir erzählt hab, wenn ich jetzt meine eigenen Vlogs machen würde, Leute drehen sofort die Augen so, ach, jetzt will er nur auf Kosten von Mike mit ihm reisen und dann die BTS zeigen. Verstehe ich. Kommt so einer auf, oh, Schnorrer, er will das ausnutzen, aber am Ende des Tages, er ist mein Homie, ich wohne mit ihm, er ist mein Kollege. Das ist mein Real Life, warum kann ich das nicht zeigen? Ich weiß nicht, ob das Leute denken, aber so denke ich das so zu mir, dass es auf jeden Fall so eine Meinung geben würde. Ja, ich glaube, um sowas kann man nie umgehen. Ich glaube, sowas ist wie, wenn man, keine Ahnung, so, ich hab vor ein paar Monaten, ein, zwei Monaten, ich weiß nicht genau, oder vielleicht auch nur ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, Bro, ich hab so Zeit verloren, Alter. Mein Girlfriend im Internet das erste Mal gezeigt und dann ist auch so normal, man muss sich dann erstmal, gerade als Mädel, glaube ich, muss man sich dann nochmal so anhören, oh Gold, Digger und so, weißt du, so Stuff. Ja, aber dann verstehst du das Internet ja auch. Ich denke, ich denke, du hast recht, ich denke, du hast recht. Ich glaube, es gibt keinen Weg, das zu vermeiden. Ich bin immer zu hart, ich bin immer zu hart mit meinen eigenen Kritiken. Diese Sache ist immer gleich, aber das ist immer interessant zu sehen, wenn Leute so sehr darüber nachdenken, weil ich bin da genauso auch wie du, oder ich denke, wir alle sind da, glaube ich, so ein bisschen, wenn man, wenn man da an dieser Stelle so, wenn man merkt, da hat man dann sehr viel, oder denkt man sehr viel drüber nach, boah, was könnten die sagen, oder könnten die dann das und das sagen? Oder wie kann ich vermeiden, dass sie das und das sagen? das ist immer so ein bisschen, dass man, wie du sagst, zu hart so ich selber ist und so irgendwie denkt, boah, vielleicht habe ich es doch nicht ganz so verdient, hier zu sein, wo ich eigentlich bin irgendwie. Das hatte ich, ich hatte immer eine Situation mit Mike, wo wir ein bisschen mehr, weißt du, ich bin mit Mike jeden Tag, Bro. Ich weiß nicht, ob du irgendjemanden hast, mit dem du seit fünf Jahren jeden Tag bist und auch wohnst. Das ist mega toxic. Und Mike und ich managen das mega gut, weil wir uns auch viel auf die Eier gehen, weil wir so viel reisen und wenn da jemand hustet, das regt dich schon auf, weißt du? Das ist so diese typische Wienerbeziehung. Wir haben elf Tage, zehn Tage haben wir im Wohnmobil miteinander gechillt, Bro, wir haben uns gehasst, man am Ende. Das ist wie ein Experiment, ja. Und wenn ich mit Mike halt, damals bin ich mega viel gereist, wir waren so all over Europe und sind überall gewesen und dann war einmal so, hatten wir so Spannung und bei uns lief nicht und er hat auch so ein paar Shit-Dinge zu mir gesagt, wo ich mich halt dachte, so Shit, was ist mein Wert im Team, weißt du? Und dann habe ich das einmal zu ihm geäußert und er meinte so, Bro, du sitzt hier an einem Tisch, da ist ein Grund, dass du hier bist. Verstehst du, was ich meine? Irgendwie hast du es ja hergeschafft und für so lange auch. Du kannst es vielleicht schaffen, wenn eine gute Position bei deiner Arbeit in der Firma, wenn du es für zwei, drei Tage arbeitest, hast du es nicht geschafft. Aber wenn du in der Firma als Leiter bist von einer crazy Firma für fünf Jahre, dann machst du ja irgendwas richtig. irgendwas muss es sein. So horrible kannst du nicht sein. Den Moment hatte ich auch, wo ich wieder angefangen habe zu streamen und dann so auf einmal, ich habe wieder so sechs, sieben Tage die Woche gestreamt, Vollgas gegeben, war übermotiviert, auf einmal die Zahlen ballern komplett hoch und ich war so an so wieder den höchsten Zahlen, die ich je hatte und dann war ich auch so, Bro, irgendwas muss ich richtig, weil ich oft auch so mich so gefragt habe, hey, habe ich das verdient? Bin ich lustig genug? Ich hatte oft Momente. Das verdient hast du schon. Aber lustig genug. Ja, da müssen wir gucken. Nein, aber so, ich habe oft das Gefühl, so alle anderen, die auf dem Level sind oder vielleicht sogar teilweise drunter, sind viel mehr entertaining als ich. Ich mache das so voll low irgendwie. Aber Bro, du hast ja auch schon zehn Jahre auf dem Nacken. Ja, aber das habe ich so. Du musst ja auch auf die Welt runtergucken, auf der Pyramide, so Digga, ich bin im OG-Club. Du musst mit den anderen ja gar nicht mithalten. Ja, voll. Ich weiß nicht, wer in dem OG-Club ist, aber nicht mehr als zehn Leute vielleicht, die immer noch am Leben sind. Weißt du, die noch am Leben sind so im YouTube-Game. Voll, aber so. Du hast so deinen eigenen Platz ja verdient. Ich habe das komplett, ich weiß nicht, seit dieser, deswegen ist diese Vlogging-Phase, auch wenn sie wirklich der fucking Horror war, ich glaube, das checkt man gar nicht so als Zuschauer, weil es war wirklich der Horror. Alle, die mit mir so in der Zeit waren, die wissen genau, was ich meine. Es war fucking Horror, Mann. Vor allen Dingen für mich und Miguel, Digga, das war die Hölle, Bro. Aber ich glaube, deswegen war das so nice, weil ich dadurch diese ganzen Zweifel, seitdem habe ich keine Zweifel mehr. Ich bin confident, dass ich da hingehöre, wo ich hingehöre. Das ist super abgehoben, glaube ich. Ich glaube, das ist, was du auch erklärt hast oder wobei wir gerade geredet haben, ist so der größte Grund, warum viele Leute ihr Potenzial nicht erforschen können, weil sie Angst haben, was Leute denken. Das ist also der erste Schritt. Genau, der erste Schritt. Was denken Leute oder wenn ich jetzt mit dem chille, werde er denken, dass ich nur seine Cloud will oder ich bin trocken oder ich komme nicht gut an. Du musst erst mal durch die erste Welle gehen. Du musst da einfach durch. Und wenn du das nicht schaffst oder wenn du da nicht den ersten Push kriegst, dass du einfach Scheiß drauf sagst. Ich komme zu dem Moment nicht oft, dass ich Scheiß drauf sage. Ich hatte vor kurzem so einen riesengroßen Moment, wo ich sage, fuck it, ich werde jetzt meinen eigenen Shit drehen. Ich werde nicht so die Angstzustände vor Mike kriegen, dass ich jetzt auf einmal ein Vlogger sein will. Und das war dann auch mega positiv. Ich dachte, er wäre nicht so dafür. Er meinte so, Bro, ich supporte alles, was du machst. George zu mir, yo, Bro, ich helfe dir. Wenn du gestartet hast, ich mache einen Link in der Bio. Ich helfe dir. Da habe ich dann schon so gedacht, oh cool, Freunde supporten, dann aber wieder. Ich glaube, es hat auch viel mit Freundeskreis zu tun. Genau. Es gibt auch viele Freundeskreise, wo du sagst so, hey, ich will YouTube-Videos machen oder bei uns hat es ja auch irgendwann angefangen. Und die dann halt so vielleicht sagen würden, mega peinlich, was du da machst. Hör mal auf. Ich denke, du musst dich isolieren. Weil ich denke das von Leuten auch. Wenn meine Freunde was sagen, was sie neu machen wollen, denke ich auch immer so, glaub mich, dass du es schaffst. Ich denke nicht, dass das so dein Ding wäre. Das kommt drauf an halt. Ich habe aber die Gedanken zu Freunden oder Leuten, die ich kenne, auch oft. Aber das ist so normal. Ja, aber es kommt auch drauf an, ich finde, dass man sich so denkt, keine Ahnung, irgendein Homie sagt so, ey, ich habe ein neues Projekt, lass ich starte auf YouTube und dann man denkt so, ja, Bro, mal gucken, wie das wird. Aber ich finde, trotzdem ist es die eine Sache, sich das so zu denken, aber trotzdem sollte man, nicht jetzt fake, aber so, man sollte trotzdem irgendwie sagen, hey, zieh durch, finde ich geil, bleib dran. Solange das realistisch ist, dass das irgendwie klappen kann und du nicht jetzt siehst, der rennt da in eine Falle rein oder so. Bei mir war ja gar nichts realistisch, also da gibt es ja auch so die eine aus 100 Fälle. Fair so, aber generell, wenn jetzt, wenn du einen richtig geilen Freundeskreis hast und trotzdem hat man ab und zu diese Gedanken, wenn Kevin mir irgendwas erzählt oder andersrum, sagt, ey, lass so und so und ich denke mir, boah, ja, wahrscheinlich, das wird nichts klappen mit deiner Pünktlichkeit, Bruder, wirst du das nicht schaffen. Aber theoretisch ist es möglich, dass er es packen kann, dann behalte das für dich und push ihn und motiviere ihn damit. Ja, genau, ich glaube, das ist das Ding und ich glaube, das ist halt auch sowas, was ich, ich glaube, ich hatte das am Anfang so. Ich habe, Bro, wirklich den ultra cringy Shit am Anfang gemacht und, Junge, ich hätte es so verurteilt wahrscheinlich, wenn es jemand anders aus meiner Freundeskruppe gemacht hat. Ich denke, es gibt nur Formel. Die haben alle gefühlt, dass es cringe as fuck ist. Ich denke, es ist am Ende des Tages Mathematik und es ist nur Formel. Ich persönlich denke, dass jeder, was starten könnte auf YouTube, TikTok oder was es auch ist, es gibt nur, es gibt nur bestimmte Form, also Formulare, die du folgen musst. Du musst immer pünktlich sein, also Consistency. Wenn du einmal die Woche postest, jeden Tag, halt dich dran, weil dann der Algorithmus auf YouTube wie nennt man das, bevorzugt dich dann ja auch. Du musst Consistent bleiben, ah, Consistent, was ich gerade gesagt habe und einfach auch motiviert bleiben. Also wenn du immer postest, Bro, du kriegst deine Conversion. Wenn 100 Leute gucken, vielleicht ist deine Conversion scheiße und du kriegst nur 1%, eine Person subscribt, aber Bro, du machst das jeden Tag für 10 Jahre, dann hast du vielleicht in 10 Jahren nur 100 Subs, 100.000 Subs, weißt du? aber du kriegst die trotzdem irgendwie am Ende des Tages, convertest du immer. Aber irgendwann muss man halt auch sagen so, hey, so irgendwas sollte ich auch für Living machen, das muss man halt dann auch gucken. Klar. Oder du änderst dann auch, du lernst ja auch in deinem Werdegang. Wenn du Vlog gemacht hast, hast du ja gesehen, was klappt, was mögen deine Leute. Ja, ich finde der, wollen die wieder, dass du streamst. Ja, ich finde das einfachste Ding oder was ist das einfachste, aber das Beste, was ich bei allem, was ich gemacht habe, irgendwie gesehen habe, ist so dieses, einfach zu gucken, was machen die anderen, erst mal das komplett zu adaptieren und dann so eigene Personality mit reinzubringen und dann dich selber mit reinzubringen und das immer besser machen. Oder dann halt so, bei Streaming habe ich es am Anfang so gemacht, ich habe so Streams geguckt, geschaut, okay, was machen die anderen, was könnte ich besser machen als die, was finde ich kacke bei denen, was finde ich gut bei denen, habe einfach übernommen oder halt die Sachen, die Kacke waren besser gemacht oder aus meiner Sicht besser gemacht. Das ist wie eine Produktforschung. Ja, so ein bisschen. Musst du mal gucken, was deine Konkurrenz macht, was läuft, was verkauft. Ich mache das bis heute. Ich gucke jeden Stream vor und danach, wie sind die Views, was spielen die anderen auf Twitch für Games, was machen die anderen, ich gucke jeden Tag von den Top 5 Streamern in Deutschland, was die gemacht haben. Ja, ich halte mich jetzt auf, vor kurzem, weil ich ja daran interessiert bin, auch so auf den Laufenden, was geht ab, wer postet, kommt Vlogs zurück, wenn TikTok tot ist, also wenn TikTok gebannt wird in Amerika. Stimmt, das soll ja passieren, oder kann passieren. Ich denke, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, nicht 100%, aber auf jeden Fall 60% Wahrscheinlichkeit. Wir haben es ja schon gebannt in einen Bundesstaat, ich weiß, welchen Bundesstaat war, du darfst es nicht mehr haben auf dem Handy. Also ich glaube, es wird verboten und dann ist der ganze Traffic ja wieder auf Instagram, Snapchat ist ja mega am Investieren gerade und ich denke auch YouTube. Ich glaube, YouTube hat auch einen dicken Hit genommen durch so TikTok, man, ich kann mir, also ich glaube, super viele Leute, erstmal, alle Leute haben so eine Aufmerksamkeitsspanne von so einer Fliege und Ja, das hat richtig reingefickt. Und ich glaube auch, dass einfach viel Zeit verloren geht, weil du hast ja nur jeden Tag eine begrenzte Zeit, wo du so Content konsumieren kannst, wo du, sagen wir mal, jeder hat vielleicht zwei Stunden am Tag, wo er wirklich, eher nach der Arbeit, bevor er schlafen geht, hast du zwei Stunden, TikTok zwei Stunden ist in einer Sekunde vorbei. Ja, genau, genau, genau. Das wird sehr interessant, das wird sehr interessant. Ich glaube, da kommt eine neue Welle demnächst somit. Ich denke, YouTube ist nicht tot, viele sagen immer, YouTube ist dead, Vlogs sind dead, am Ende des Tages, die gehen immer durch Phasen. Das ist so wie, das ist so wie Krypto, Krypto geht runter, aber am Ende des Tages bleibst du dran, investierst du immer noch, geht irgendwann wieder hoch. Das ist crazy, dass du das gerade sagst, dass Leute sagen, YouTube is dead oder sowas. Ich glaube, in Amerika, das ist bei uns so gar nichts. Ich glaube, das Ding ist halt, YouTube in Amerika ist an einer anderen Phase als in Deutschland. Ich glaube, in Amerika befinden wir uns gerade in so dieser Mr. Beast mäßigen, ich habe fünf Leute eingesperrt in bla bla bla, in dieses Sensationsmäßige und ich glaube, da passiert gerade dieser Switch oder wird in den nächsten ein, zwei Jahren dieser Switch passieren, dass es mehr so ein bisschen ruhiger auf Personality-Stuff geht. Ja, wie du meintest, in Deutschland sind wir da schon. Das sind immer Phasen so halt. In Deutschland sind wir schon. In Deutschland fucken sich alle ab. Also klar, so Mr. Beast ist so der Größte, den guckt man, I guess, aber so. Aber das ist so wie Fans, ja. Ja, man guckt das so, weil halt das krass erstmal klingt oder man will das sehen dann so, aber so. Aber viele Leute hassen diesen Style, so dieses, also wenn du Mr. Beast eins zu eins kopierst in Deutschland, das würde niemals funktionieren, weil alle Leute, du wirst wahrscheinlich deine Views machen und so, aber du wirst nicht, die Leute werden nicht sein, das ist mein Lieblings-YouTuber. Ja, ich glaube, ich bin auch immer deutsch geblieben im Blut, so, ich habe es nie, ich habe nie, ich habe das nie gemacht. Ich habe Mr. Beast Video vielleicht zweimal geguckt, Bro. Und ich höre Mr. Beast links und rechts, ich habe ihn getroffen schon und gehört von ihm immer, immer uninteressant für mich gewesen, nie geschaut. Für mich war immer so die real Leute, Casey Neistat, für mich immer die Nummer eins, Bro. Casey's King, Mann. Die Nummer eins. Der ist krass. Logan war so eine Nische, er hat so ein Hybrid gehabt, weil Logan auch mega likable war und er ist mega sympathisch und das mochte ich gerne und er war nicht so doll über der Tab mit dem Faken. Also seins war noch so ziemlich realistisch und dann David natürlich, war ich nie wirklich so ein Fan, bei ihm war halt mega, alles fake. Also David Dobrikmeister. Ja, hinter den Kulissen habe ich halt viel Shit gehört und dann war ich da auch schnell raus und dann war ich da auch aber der real Shit ist am besten im Internet. Ich glaube, das ist in Deutschland, da sind wir schon, ich weiß nicht, oder noch oder wie auch immer. Also das ist so crazy. Vielleicht kommt das krasse jetzt bei uns. Wir orientieren uns voll oft, gerade bei YouTube-Stuff und Thumbnails und so und irgendwie Art und Weise an so Amerika, aber mir fällt voll oft auf, dass das nicht so 100% funktioniert, weil es gibt so viele Sachen, die in Deutschland gar nicht funktionieren, gerade so Thumbnails, so ein fakey, Mr. Beast mäßiges, Heli, Fake, Insel, wo das würden, alle Leute würden sich in Deutschland denken, so das ist dieses Clickbait, Shit-YouTube irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist so, das verbinden alle Leute mit schlechtem Content. Ja, das ist crazy, wie das einfach, wie das irgendwie die gleiche App zwar ist oder die gleiche Plattform, aber so komplett unterschiedliche Wellen. so different. Sehr interessant. Super interessant. Ey Bro, wir haben dich null vorbereitet, so ein bisschen, aber wir machen immer am Ende der Folge eine Empfehlung der Woche. Es kann wirklich alles sein. Empfehlung der Woche bezogen auf was? Egal. Song. Song. Irgendein Habit, was du hast. Ein Gericht, was du geil findest. Ein geiles Auto. Ein Lieblingstopf, den du dir erst gekauft hast. Ein YouTube-Channel, was auch immer, wir können auch easy erst mal anfangen, dann hast du ein bisschen Zeit. Ein Buch. Ein Motivation Speaker. Es wird sich so Hipster anhören, aber Bro, mein Leben hat sich zur Zeit verändert mit früh aufstehen und zum Fitness gehen, Bro. Fuck. So Klischee, wie ich es anhört, aber nicht für die Ein-auf-Pumpen-Bros und Ein-auf-Gym-Bros, sondern einfach nur für den Kopf, Bro. Ja, finde ich auch. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, der nette Herr hier links hat ein Gym, für das er 350 Euro im Monat bezahlt. Okay, Heimat, ich sage ehrlich, wie viel? Ich bezahle nicht 3,50, sag ich schon mal vorab, würde ich niemals bezahlen. Meine Mutter würde mir einen Schuh hinterherwerfen. Aber ich kenne die Leute, weil Heimat ist so ein neuen Gym, was so von McFit geohnt ist und Gold's Gym. Heimat ist so ein Konzept-Gym, gibt es nur hier und ich glaube ich in Paris und ist halt der beste Gym gerade in L.A. Mega nice. 4 Stockwerke und ich kannte ein paar Leute im Management und die haben mir einen guten Preis gemacht, aber 3,50 würde ich niemals zahlen. Das ist insane. Aber das ist ein guter Tipp, ich habe auch so dieses Gym-Ding, ich habe mir auch irgendwann, als ich angefangen habe zu boxen, habe ich mir so ein, ich glaube schon kurz davor habe ich mir so, wir uns zusammen eigentlich, so einen Personal Coach geholt, mit dem wir trainieren. Ja. So Minimum einmal die Woche, zweimal die Woche und für mich ist jetzt auch, ist natürlich ein cooler Side-Effekt, wenn man irgendwie so ein bisschen Muskeln aufbaut und ein bisschen abnimmt und fresher aussieht, sage ich mal. Das ist nur die Nebensache, genau Nebensache, aber Mental ist das Wichtigste, finde ich. Umso älter ich geworden bin, dachte ich mir so, über Zeit, ey, dieses Fitness ist nice, so, wenn ich einmal nicht zum Fitness gehe, denke ich mir so, warum war der Tag heute so scheiße? Ja, ja. Ach, ich bin nicht zum Sport gegangen. Man merkt das direkt. Und Cold Plunging auch, das habe ich durch Logan damals gelernt. Was ist das? Wenn du eine Wanne mit 20 Grad Wasser hast, also mega kalt und du machst einen Cold Plunge. Also so Eisbahn. Also Eisbahn mäßig? Eisbad, genau. Nicht Kaltdusche. Kaltdusche ist schon easier. Wenn du richtig in so eine Wanne reingehst, die du draußen im Garten hast, mit Eis drinne und auf einer bestimmten, hier in Amerika ist das 37, also 37 Fahrenheit, ich weiß nicht, was das auf Celsius wäre, das ist so die Kälte, die man benutzt, rein für drei Minuten. Bro, das hilft dir auch mega. Das habe ich noch nie gemacht, das muss ich mal unbedingt machen. Ich sehe ja immer auch so TikToks davon, so wie Leute das machen und sagen, das ist so krass, aber... Es gibt so einen Typen, der macht das so daily seit so 90 Tagen oder sowas. Der macht so jeden Tag einen TikTok, wie er so Eisbaden geht und der hat immer so, das ist immer so eine Badewanne, die ist so oben zugefroren und der wirft immer so eine Handtel, wirft immer so auf sich. Aber der Trick dahinter ist, du schockst ja dein Body mit dieser Kälte und dann passiert ja auch mega viel in deinem System, was halt mega gut für dich ist, weil du in diesem Überlebungsmodus bist. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast am Tag so deine normalen Stressfaktoren. Du musst einen Vlog filmen, du musst dein IRL, du musst mit guten Themen kommen, du kannst es nicht trocken machen. Alle, was immer dich stresst am Tag. Sobald, wenn du am Morgens so einen Cold Plunge machst, du hast dich schon komplett geschockt und abgefuckt. Das heißt, du managst diese kleinen Stressfaktoren am Laufe des Tages wesentlich easier. Ich bin ein mega stressiger Typ, Bro. Manchmal musst du mich zusammenreisen mit meiner Freundin, sie sagt so, ey, warum schiebst du so einen Stress? Warum stresst du so viel? Ich glaube, ich bin auch eher so. Und mir hat das auch ein bisschen geholfen. Es ist auf jeden Fall schwierig, reinzugehen, Bro. Also ich kann es empfehlen, aber es ist hart. Man braucht erst mal Platz, um so eine Tonne aufzustellen. Mache ich das auf meinem Balkon oder was? Mein Ilza. Was ist dein Empfehlung der Woche, Bro? Mein Ilza. Da muss ich mein Teele und Abdi denken. Teele und Abdi-Fro. Ey, ich hau das einfach raus, wovon ich jetzt hier schon seit drei Tagen am Stück rede. Wir haben auch vorher schon kurz drüber gesprochen. Wir haben auf dieser einen Straße, wie heißt die Monroes? Monroe? Melrose. Melrose. Monroes war diese Frauenband. Oder Marilyn Monroe. Ja, also auf dieser krassen Straße haben wir so durch Zufall einen Laden gefunden, der macht so Burger und Philly-Cheese-Steak und so diese Geschichten. Aber der Twist ist, der macht das komplett vegan. Alles ist vegan da drin. Du hast da noch gar nicht gegessen, Bro. Wir waren da schon dreimal die letzten zwei Tage. Ich hab jeden Tag da gegangen. Wir waren da einmal zufällig, mittags. Dann haben wir irgendwie stuff finished. Dann haben wir gesagt, es war so lecker, lass nochmal hin. Sind wir an dem Tag nochmal hingegangen. Der hatte schon geschlossen, der hat trotzdem noch für uns gemacht. Und dann sind wir gestern nochmal hingegangen und dann hab ich gestern gefragt, ey, Bro, ich würde gerne einfach bei dir so ein Food-Video drehen, weil ich find das so geil, wie du den Laden hast. Und der Typ ist auch so ein geiler Arzt. Er macht so alles alleine. Und ich mach so ein Food-Video bei dem? Ja, wir haben das schon gedreht heute. Oh, geil. Ich hab selber den Burger machen dürfen und shit. Es gibt noch einen anderen sehr guten Bekannten. Wie nennt man das? Vegetarischen Burger heißt Monties mit so einem Hund. Okay. Mega, mega gut. Vegetarisch oder vegan? Vegan, also es ist vegan. Vegan Burgers. Mega nice. Ja, Mann, also das ist auf jeden Fall der Laden, heißt Extra Market Inc. Check das mal ab. Ey, Freunde, ich hab keine Empfehlung in der Woche. Ich muss einfach viel zu doll auf Toilette, um grad nachzudenken. Ich pisse mir seit locker einer halben Stunde halb in die Hose. Es war ultra geil, dass du da warst, Bro. Ja, Mann. Mega interessant. Danke, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Das erste Mal für mich so auf einem Podcast auf Deutsch. War so geil gemacht. Ja, war sehr, sehr funny. Sehr interessant. Vor allen Dingen mal so ein bisschen da Einblicke zu bekommen. Auf jeden Fall crazy, dass du einfach hergekommen bist, Mann. Sehr, sehr geil. Check den Mann aus. Da kommt irgendwann auf diesem Channel Vlogs at some point. Hoffentlich, ja, wenn ich es hinkriege. Daumen, 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 daumen. Und Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal wie immer. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. In dem Sinne. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.